da sind unsere gäste herzlich willkommen lieber michael wiese herzlich willkommen immer ganz kurz platz wir gehen gemeinschaftlich rein warte und da ist ja unsere lief grete ihr dürft schon mal applaudieren herzlich willkommen da ist er lieber naß ich freue mich dass du bei uns ist meine beine sind sowas von steif ja dann spring hoch pack mich rein ladies and gentlemen sehr verehrte damen und herren liebe zuschauer herzlich willkommen zur dienstlachener talkshow das maß ist voll wir freuen uns sie auch diesmal wieder im ausverkauften maß begrüßen zu dürfen und wünschen ihnen viel spaß und gute unterhaltung und nun begrüßen sie mit einem donnernden applaus ihren moderator roland donner ja also ohne jetzt anzugeben aber das maß ist wieder mal voll gerade das jahr begonnen und schon ist das maß voll also ich freue mich riesig herzlich willkommen ja noch ein frohes neues wenn ich noch nicht gesehen habe ja und ja ich muss euch eine traurige mitteilung machen ihr habt wahrscheinlich schon entdeckt wo ist denn der pianist ja pianist ist was soll ich dazu sagen pianist ist richtig spaß ne da muss ich jetzt oder guckt der bürgermeister ganz kritisch die stadt dienstlaken mit der nies war der große sponsor nee daran daran liegt es nicht also das wahnsinnsgehalt kann er natürlich heute abend nicht abschöpfen geht natürlich nicht aber ja ihr seid jetzt gefordert weil ihr müsst alle lieder die ich mit melvin vier stück zum beispiel eye of the tiger oder das schöne holländische lied von letztem mal dann hat man alles so schön angedacht aber das geht halt nicht aber nee laura jetzt jetzt ernsthaft war das letzte jahr so schlimm dass du mir schon gleich zwei servierst oder was okay also ist das auf melvin okay also gut dann also dann bevor es losgeht ein eintrinke ich auf melvin also für die wer kennt dieses getränk nicht mit namen einmal holen ist nicht schlimm okay aber ganz wenig und das ist ein stolper knabe also mit bei einem habe ich auf jeden fall erfahrung ich krieg den talk ohne lallen kann ich versprechen bei zwei weiß ich nicht also darum da müssen wir noch mal dealen ich weiß nicht also ich trinke wer war letztes mal bei harry weinfurt dabei ja der hat ja ganz groß gespurt ne also groß spur ich das ist hoffentlich trinkt den keiner und danach hat er hat er gesehen in den in den trailern wie das wie das war ja ja also das ist jetzt wirklich kein spaß also wir werden jetzt heute improvisieren aber nur in der musik und ihr müsst jetzt einfach dadurch das bekannte öffnungs lied und die strofen da müsst ihr einfach durch da wird der roland jetzt knallhart a capella singen aber wir haben ja auch das kommt dann später aber es gibt ein neues mitglied vom fanclub das maß ist voll da kommen wir dann aber in der hälfte des abends dazu ja und ihr wisst ja den refrain alles läuft so wie es soll das maß ist voll ich glaube das kriegen wir doch alle hin oder ja sollen wir mal einmal alle das den refrain alles läuft so wie es soll gut ich habe jetzt drei strofen und da können wir einmal die qualität verbessern und die dezibel würde ich vorschlagen ja okay jetzt gibt es natürlich kein vorspiel von melvin meine ich jetzt damit sondern ich werde einfach mal den abend eröffnen a capella live in diesem jahr es sollte heute eigentlich der melvin wieder rocken doch merkt ihr jetzt bestimmt aus dem ist nichts zu locken der arme kerl ist krank drum ist er heute nicht da der mann hat männer schnuppen der hat den hals katar alles läuft so wie es soll das maß ist voll der applaus geht an euch also da habt ihr mir schon da habt ihr mir schon eine große sorge aus der von der seele genommen aber willkommen liebe leute hier bei willem maß und trotzdem bin ich sicher wir kriegen heute spaß die erste show in diesem jahr ist wieder da viel bekannte freunde riesengroße schar und alles läuft so wie es soll das maß ist voll so oh oh das ist wo ist der solist wo ist der solist so voll oder war auch nicht schlecht so und jetzt kommt die dritte und letzte strophe zumindest fürs intro achtung drum frag ich in die runde hier bei willem maß möchte einer singen das wäre doch echte krass und wenn sich keiner findet ist hat auch nicht schlimm beim nächsten mal ist melvin gewiss hier wieder drin alles läuft so wie es soll das maß ist also ich merke schon ohne euch geht wirklich nichts weil jetzt ehrlich wenn das jetzt mittlerweile sind wir jetzt im sechsten jahr ne herr bürgermeister wenn ihr nicht da wert dann hätten wir schon gesagt machen wir nicht also es geht aber weiter so und jetzt natürlich wichtig ist brandschutz und so weiter wenn es hier mal brennt der eingang wo ihr reingekommen seid da geht ihr wieder raus und wenn es ganz doll an der bühne brennt dann müsst ihr durch die fenster ne also das muss ja bei jedem meeting muss das ja gesagt werden mittlerweile und ganz wichtig datenschutz grundverordnung ja also ihr habt ja gesehen auf den tischen sind überall die informationen wer natürlich heute abend mit seiner frau oder seinem mann da ist der hat ja nichts zu befürchten wenn aber die frau und die freundin im raum sind könnte das schwierigkeiten geben also entweder immer bierglas vor der nase halten also und werde jetzt eben halt denn es wird ja auch veröffentlicht ja es wird veröffentlicht und da wollen wir auch keinen ärger bloß kein ärger mit der freundin oder der frau ich weiß ich der eine oder andere ich habe es glaube ich schon mal erzählt da fällt mir jetzt eben halt gerade so ein das mit der treue also meine frau nimmt das mit der treue sehr ernst meine freundin nicht ja so unterschiedlich können geschwister sein zitat habe ich nur von jenem nach erzählt ist nicht bei mir zu hause passiert ja was hier alles abgeht im moment ist ja also auch politisch ich finde das total extrem also wenn das so weiter ich weiß nicht was dieses jahr passiert wird der trump den nordkoreaner adoptieren und der andere den anderen auch ich habe kein ich habe keine ahnung was passiert mit dem brexit wird radsport vom doping befreit also das ist so fake news also alles aber nur das wahrscheinlich nicht aber jetzt hier stichwort stich das ist was stichwort brexit kennt ihr schon das neue werb to brexit weiß jemand was to brexit heißt to brexit heißt sich verabschieden aber dann doch bleiben habt ihr auch so freunde ne ja rudy wir gehen jetzt ne ist schon 23 uhr wir gehen jetzt ne morgens um zwei sind die immer noch da ne naja in deutsch heißt das in deutsch heißt to brexit seehofer ja 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 presse ist ja presse ist ja auch da sehe ich jetzt hier vom niederrhein anzeiger ne der herr hass ist ja auch ja ja hass oder hass 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 ja hans aber nicht verwandt mit hans hass dem taucher in keinster weise ne war das jetzt deine schlachtseile beim niederrhein anzeiger dass da irgendwie stand heidi klum steckt seit zwölf stunden im tokyo hotel fest ne war das bild da war wahrscheinlich die bild zeitung ne ja ihr wisst ja bevor bevor wir loslegen also ich musste ich muss ja doch noch mal was ich muss ja doch noch mal was privates loswerden vor drei vier jahren hat meine frau gesagt ich wünsche mir zu weihnachten mal eine alexa und da habe ich gesagt so weit kommen wir nicht in haus nsa und ne also reicht ja schon wenn auf handy und man weiß ja gar nicht ob man gefilmt wird und der fernseher unternehmen eigentlich und hat sie wieder gefragt möchte wieder alexa alexa jetzt drei jahre ich habe mich jetzt bekneten lassen also da komm jetzt kriegt die frau die alexa und ich muss ganz ehrlich sagen so seit nur seit weihnachten habe ich mich damit auch ein bisschen beschäftigt und habe ich so ein bisschen angefreundet wissen ein bisschen näher gekommen und am montag also vorgestern habe ich alexa das erste mal gefragt alexa muss ja mal sagen alexa oder du sagst irgendwie computer oder sagst einen anderen namen wobei ich wollte mal umprobieren auf hallo schöner man ja gut alexa was war was wollen frauen wirklich war montag ich bin heute um 17 uhr hier hingefahren ja immer noch gelabert ist ganz schwierig ist ganz schwierig ist ganz schwierig gut okay also ich würde sagen wir fangen an ich freue mich ich habe mit las riedel heute schon richtig krachen lassen also richtig wir haben richtig vorgeglüht also las steht ja hinten und las richtig wir haben richtig vorgeglüht ja las mit dem heißen kaffee und ich mit dem latte macchiato in der kostbar haben wir richtig schon mal vorgeglüht und war richtig war total schön backstage also ich glaube es wird ein ganz kurzweiliger abend und ich freue mich ganz ganz besonders dass las riedel heute unser gast ist ich habe erfahren es ist das allererste mal dass er in dienstlaken überhaupt ist na wie hat er gesagt zum glück gibt es nach wieder nicht gewusst aber er wird sich noch wundern er wird er wird mit sicherheit sagen mensch noch mal habe ich nicht gedacht schön dass wir da sind und er war ja auch schon wir sind uns so nah gekommen ich weiß nicht habt ja gesehen er hat mich auf händen hier reingetragen ja und bevor auch das ist natürlich jetzt mal wer möchte den haben stolper schäuper 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 schäu Ich werde gesoffen. Hip-Hop rinne den Kopf, weg damit. Wie früh. Also mir stellst du das wieder hin, dann sieht das aus der Kamera so aus, als ob ich das gesoffen hätte. Okay, also. Ab in die Reihe, genau. So, ich weiß, dass Olympioniken und auch Sportler generell, ganz besonders die natürlich auch Medaillen, nicht erworben, erkämpft haben, erstritten haben, möchte ich trotzdem nochmal in Erinnerung rufen, denn der ein oder andere kennt Lars Riedel, ja, aber der weiß auch vielleicht auch mal was mit der Disziplin, Diskuswerfen anzufangen, aber was waren das für Erfolge? Und das waren schon wahnsinnige Sachen. Olympiasieger Atlanta 1996, die Meterzahl, da kommen wir nachher nochmal dazu, und mit welcher Schwierigkeit die ersten beiden Würfel waren, wo man denkt, oh, warum bist du eigentlich hier angetreten? Also Olympiasieger Atlanta 1996, fünffacher Weltmeister, Europameister, WM Dritter 1999, Olympia Zweiter von Sydney 2000, also die ging weiter, vier Jahre später, 96 zu 2000, elffacher deutscher Meister, Sieger bei den Golden Four, und das war bis dato der einzige Deutsche, der die Golden Four gewonnen hat. Europacup Sieger 93, 95, 97, 2000, 2001, und dann IAAF Grand Prix Finale, was das ist, das fragen wir nachher, in 93, in 95, in 97, also eine Riesenlatte, eine Riesenlatte an erfolgreichen Aktivitäten, einer der erfolgreichsten deutschen Leichtathleten, im Juni 67 geboren in Zwickau, das hört man teilweise manchmal auch ein bisschen raus, aber das werden wir schon verstehen. Und ja, er wird uns heute Abend erzählen über das Leistungskader in der DDR, der Wiedereinstieg 1990, mit einem tollen Gönner und einem Bundestrainer, der Herr Steinmetz, und er zählt uns aber heute Abend auch die Kehrseite der goldenen Medaille, denn es war nicht immer alles schön, es gab auch Höhen und Tiefen, aber was ich beim Recherchieren, aber auch jetzt schon im Telefonat von den Tagen vorher, was ich kennen oder auch gespürt habe, er ist eine riesengroße Natur, also von körperlicher Größe, zwei Meter groß, aber dieser Mann ist bis zum heutigen Tag echt auf dem Boden geblieben und das ist jetzt nicht rumgeschleimt, sondern es ist wirklich so und ich freue mich, auch ihn wieder in a cappella Art herzlich willkommen zu heißen und ja, nach dem Song, wenn er dann rüberkommt, lieber Lars, darfst du dich natürlich hier auf der Bühne blicken lassen. So, also Roland Donner live mit Melvin in Gedenken und wir denken uns jetzt mal das Vorspiel, ja. Also, gleich kommt ein toller Hühne, der hat es vielleicht drauf, da gehen bei den Frauen die Augen ganz groß auf, ein Olympionike mit Gold am Körper dran, willkommen sei Lars Riedel, der Zwei-Meter-Mann und alles läuft so wie es soll, das Maß ist voll. Lars, ich freue mich. Ich freue mich auch. Also, dass ich nochmal in den Genuss komme, leicht, also ist doch herrlich, oder? Also wir machen uns das jetzt einfach, wir steigen wieder ab, also nicht wir, sondern ich und wir, ja, ja, ihr lacht, aber das hat, das hat irgendwie, glaube ich, sogar der Gerhard Schröder, der, unser ehemaliger Bundeskanzler, der hat das irgendwie auch mal machen müssen, weil irgendein Interviewpartner, der war so klein, oder umgekehrt, da musste ein anderer, dass die auf Augenhöhe halt kommen. Weil ich bin darauf angehalten worden, hier vom Kameramann natürlich, dass wir uns auf den, auf die Hocker sitzen und guck mal, das geht doch einigermaßen, geht das gut, ja. Ich setze mich gerade hin, also. Also ich muss immer so sitzen, also. Nein, ist schon richtig, immer, immer, immer Rücken raus, das ist schon richtig, immer, immer Rücken raus. Funktioniert das? Nein. Nein? Ja, doch, funktioniert. Also, ich habe gehört, du trinkst immer gerne lokales Bier, also Pilz, oder es gibt auch alt, oder? Nein, dann trinke ich alt. Ja, wenn es nicht zu alt ist. Nein, das ist ja. Ja, also, ich trinke jetzt zum Wohle, ja. Wohle. Gut. Also, ich habe dein Buch gelesen und da kommen wir nachher nochmal da drauf, doch, das können wir jetzt schon mal zeigen, also jetzt hier in die Kamera, die da hinten es nicht sehen können, warte mal, jetzt da in der Ecke, man sieht natürlich, man tütert nicht, Lars Riegel. Also ich muss dazu sagen, halt, ich habe damals 20 Bilder abgegeben und habe denen überlassen, das waren aber fast alles Frauen halt, die sollen das vorne drauf machen, was sie am meisten mögen. Ich habe da nichts damit zu tun, also. Also, ich habe das ja bewusst wahrgenommen und so ein bisschen auch durch meine kabaristische Ader habe ich gedacht, naja, in der Lars Riedler, das ist ja jetzt auch schon 10 Jahre alt, das Buch, glaube ich, in 8 hast du das geschrieben, mal rausgehauen. Du mit Gold auf der Haut, Frank Ribery, also Gold auf Fleisch. Ich war eher, ich war eher. Du warst eher, ne? Genau. Und außerdem halt, also jeder, der irgendwo DDR-Zeiten oder mal in der DDR drüben war, es gab ja auch den Goldbräuler, den hat man noch viel eher. Ach so. Ja, ja, klar. Der Bräuler ist ja mal für die Hähnchen. Goldbräuler. Ja, das sind Hähnchen, ne? Ja, aber ganz normal. Da hat sich keiner drüber aufgeregt. Nee, hat sich gar nicht. Also, ich habe dein Buch, ich habe dein Buch versucht, quer zu lesen, also es gibt ja, es gibt so eine Technik von links oben nach rechts unten, kann man das so ganz schnell durchlesen und so und bapapapapapap. Und ich habe gemerkt, ich muss mir da einfach viel mehr Zeit für nehmen, das wäre viel zu schade und ich werde mir gewiss in einer ruhigen Stunde oder in einer Woche mir die nochmal, dein Buch nochmal, 270 Seiten ungefähr, werde ich mir nochmal zu Gemüte führen. Übrigens, hast du jetzt, was ich dir sagte, Bücher mitgebracht, so zum Signieren und so? Ich habe jetzt leider nichts dabei, halt von den Büchern. Aber diese Bücher, die kann ich dann trotzdem mal, du kannst ja dann, die gibt es, ich weiß nicht, ob es die noch gibt halt. Also, einfach mich ansprechen, ein bisschen weiter. Genau, ja, ja. Natürlich, wir sehen das. Ich mache bei Unterschriften und du klebst die dann rein oder sowas. Ja, oder du schreibst den Frauen das hier aufs Dekolleté, die waschen sich mal. Habe ich auch schon gehabt bei meinem Trainer zu Hause, aber da war die Frau meines Trainers sauer. Ich frage ganz besonders jetzt, die erste Frage hat einen Grund, weil du hast auch dein Buch mit einem Thema begonnen. Das wird überschrieben, wie einsam warst du oder ja, wie einsam warst du in Atlanta? So war dann die Überschrift und ich habe mir natürlich gedacht, die Bild-Zeitung hätte das Thema jetzt so genannt, ein Toilettengang während des Wettkampfes öffnete ihm die Augen. Das glaube ich, war ja auch in dieser Situation, wie einsam warst du in Atlanta? Wenn du das Kapitel einfach mal beschreibst, was ist da geschehen mit zweimal ungültig, mit Sorgen, Tausende von Leuten schauen dir zu und wie hast du denn diesen Punkt gekriegt, einfach zu sagen, so und jetzt zeige ich es euch. Also ich mache das manchmal so gerne, wenn ich so Vorträge halte, dass ich dann so sage, macht mal alle bitte die Augen zu, das mache ich jetzt heute Abend nicht, aber es ist wirklich so, wenn man die Augen zumacht und sich mal vorstellt, Atlanta, da sind so 86, 87.000 Zuschauer im Stadion, du bist da wirklich, ja, es ist feuchtwarm, es ist extrem laut auch in dem Stadion, du bist ganz allein, du hast dort auch niemanden, den du fragen kannst, der Trainer sitzt in der Tribüne, den darfst du ja nicht mal ansprechen oder irgendwas halt, es wird vorher auch geguckt in den Katakomben, ob du irgendwelche Sachen dabei hast, wo du den anrufen könntest, etc. Also es dreht sich alles nur um dich dort unten und ja, kannst du sagen, fast eine Milliarde am Bildschirm, der Druck ist schon enorm, vor allem wenn du 2012, äh, was war es, 92 damals, als absolut Favorit in Barcelona rangegangen bist, in dem Jahr keinen Wettkampf verloren, dort in der Quali ausgeschieden als 13er, 12 sind weitergekommen, dann ist natürlich halt dieser Druck noch größer und die Medien machen das ja ganz geschickt, ich habe immer in den ungeraden Jahren gewonnen, 96 halt, da konnte ich machen, was ich wollte, wurde einfach kein ungerades Jahr. Hat die Presse das wirklich genutzt, diese Statistik um so ein bisschen? Schublade auf, Schublade auf, aha, 96, 92 hat er verloren, 94 war verletzt, 96 kann auch wieder nichts lernen. So, und dann habe ich so, und das ist natürlich halt was, entweder du gehst da dran zugrunde oder du sagst halt so, ja, der kann erzählen, was er will. Jetzt stehst du auch da unten drin, wirfst den ersten, ich hatte ein sehr gutes Trainingslager gemacht in den USA, vorher, so Akkriminalisierung, da muss man auch so ein bisschen Zeitumstellung machen, alles, und der erste gelingt halt nicht so richtig, den wollte ich ganz weit werfen, weil ich eine super Form drauf hatte, wollte den so weit werfen, dass der Jürgen dann, also dass die anderen geschockt sind und dass der Jürgen, Jürgen Schult dann sozusagen hinterherziehen kann und dann die Bronzemedaille macht. Das hat schon mal geklappt, ist eine nicht so gute, wie sagt man, Strategie, normal, die beste Strategie ist halt einfach einen sicheren Wurf zu machen und dann fünf Würfe angreifen. Ja, ich bin halt so ein bisschen im Training so gut gewesen, dass ich dachte, kriegst du doch so hin, sollte man nicht machen, aber gut, okay. Jetzt war das so, jetzt kommen dann ungefähr 25 Minuten, die sind ungefähr so, gefühlt so lang wie ein halber Tag. Das glaube ich. Und alle Gedanken negativ kommen in deinen Kopf rein, zum Beispiel die Gedanken der Journalisten, auch andere Gedanken, deine eigene und so weiter, und jetzt musst du das alles wegdrücken. Du bist jetzt in der Lanter, ne? Ich bin jetzt gerade in der Lanter, weil ich bin gerade im Stadion halt, zur Entschuldigung, dass ich jetzt nicht hier bin, aber, nein, 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 ich war deshalb wegen Barcelona. Das ist nur mein Körper jetzt halt. Ich hatte gerade noch Barcelona im Kopf. ich bin jetzt, genau, aber da war es genauso warm. und das Ding ist wirklich, dass du dann, ja, dass du, dass du einfach, das kostet unwahrscheinlich viel Kraft, also das zieht da die Energie raus. Jetzt habe ich den zweiten Wurf gemacht, habe eigentlich alles soweit für mich richtig gemacht, jetzt war aber die feuchte Luft, so feucht, und keiner hat da Gewicht, dass da doch so ein bisschen, ich bin hier ganz leicht weggerutscht. Und wegrutschen ist das Schlimmste, was passieren kann. Unsicher, der Wurf ging jedenfalls auch nur 55 Meter oder so. Jetzt hast du noch genau einen Wurf und 25 Minuten bis zu diesem Wurf. Und ich habe sonst immer versucht, mit dem Denken, das Ganze zu steuern im Wettkampf. Und in dem Moment habe ich ein inneres Gefühl gehabt, und das hieß, raus. Es ist immer wieder so, raus, 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 das schaffst du nicht, diese lange Zeit. Und da habe ich zum ersten Mal in einem großen Wettkampf dem Bauchgefühl nachgegeben. Und die einzigste Möglichkeit, um da rauszukommen und nicht diskreditiert zu werden, ist halt, einen Kampfrichter zu fragen, auf der Tolle, da gehen kannst du halt. Bin da hin halt, mit meinen bisschen englischen Wörtern halt, Russisch hätte ich besser gekonnt, haben wir ja auch eine Schule gehabt. War aber kein russischer, kampfrichter da, also habe ich dann doch in Englisch versucht. Aber die Pipi in den Augen hat der vielleicht schon gesehen, hat gesagt, der muss wirklich, oder? Ich habe dann so nonverbal das hingekriegt. Ja, und die Knie immer enger dann so zusammen und so alles, als der wusste, was ich wollte. So, dann sind wir in die Katakomben rein und unterhalb der Stadion, wo die Leute sitzen, kannst du da unten reingehen, das sind die Toiletten. Das Interessante daran war wirklich, es wird immer weniger Lautstärke, du verabschiedest dich, das hat es mein Autor damals geschrieben, du verabschiedest dich von dem unsicheren Lars, gehst da rein, also, ich habe zwar jetzt nicht das so gemacht, aber reingegangen, bin auf die Toilette, ich weiß bis heute nicht, ob ich überhaupt war, bin dann an den Spiegel ran halt, habe mir dann... In dem Buch steht das aber, dass du warst? Nee. In der Toilette? Nee, nee, nee. Da kam doch, der hat dich doch beobachtet. Nee, nee, das war bei der Doppelkontrolle, das ist wieder was anderes. Ah, okay. Wo der so runterging mit dem Kopf halt. Ja, ja. Die können wir gerne mal vorlesen an der Situation. Ja, okay. Die lese ich sehr gerne vor. Ja, gerne. Da bist du hier. Ja, ja, ja. Also jedenfalls, dort war es so, dass ich es nicht wusste, im Nachhinein. Bin dann dorthin und habe in den Spiegel geguckt und du hast ja 50, 60 verschiedene Möglichkeiten, die du jetzt im Grunde genommen eigentlich verändern könntest. Und dann, so habe ich es halt zumindest gelernt, packst du die zwei, die dir gerade einfallen, das war für mich halt langer Arm und beim Werfen dann schnelle Fußgelänge. Das sind so technische Dinge, die man dann so reinnimmt. Das habe ich mir kurz vorgestellt, bin rausgegangen und draußen war ja alles schön trocken, der Beton. Wie wir reingelaufen sind, da gucke ich den so an und stelle mich hin auf einmal, wie wir am Distanz werfen und mache dann eine Imitation, also eine Trockenübung. Ja. Da hat er mich ganz komisch angeguckt, weil er dachte, die Deutschen haben komische Angewohnheiten, nachdem die auf Toilette waren. War mir auch total egal. Eine Kultur wäscht sich die Hände, die anderen... Das war mir dann irgendwie so egal. War für mich aber ganz, ganz wichtig, weil ich dann natürlich nochmal auf dem Trockenen halt diese Drehung gemacht habe, also so eine Sicherheit gekriegt habe für mich und bin dann ins Stadion reingekommen und jetzt waren nicht mehr diese elf Leute vor mir, sondern es waren halt nur noch vier vor mir. Das heißt, die Zeit, die wusste ich genau, wie zu überbrücken. Da hast du so einen Ablauf, ziehst dann die Jacke aus, wenn der Nächste dran ist, holst du einen Diskus, machst du Magneser drauf und so alles. Das war dann automatisiert und habe mir vor allem vorgenommen, nimm den Lappen mit, auch wenn es doch nicht nass ist, reib einfach so, dass dir es vorkommt, du darfst das jetzt nicht unbedingt mehrere Minuten machen. Zeitspiel, du hast eben nur diese 60 Sekunden bei mir. Okay, okay. Ja, das war dann so, dass ich eigentlich, und dann hatte ich wirklich diese zwei Sachen mir in den Kopf genommen, langer Arm und Drehen und wie im Training, also gar nichts, ich wollte nichts, einfach nur einen ganz normalen, automatisierten Wurf, der ging dann, glaube ich, auf, du hast das irgendwo hier stehen. Ja, das war der dritte dann. Das war der dritte, genau. Also der zwei ungültige, dann kam der dritte, dann hast du 65, 40. Wenn der nicht geklappt hätte, wäre ich draußen gewesen. Bei vier, die schlechtesten vier fallen raus. Aber mit 65, vier warst du ja schon ganz gut, oder? Ja, da hättest du so, am Ende, weiß ich nicht, Platz fünf oder Platz vier machen können, aber das war natürlich nicht mein Anspruch. Und der nächste war aber dann leider wieder weniger, der war nämlich 63. Das kann sogar sein. Für mich war dann aber so, diese Situation, diese wirklich schwierige Situation hatte ich überstanden und ich wusste, jetzt habe ich nochmal drei Würfe. Und da war innerlich von mich, weil ich so, ein geniales Training gemacht halt immer und wirklich ein gutes Niveau drauf gehabt und dann habe ich auch immer loslassen können und wusste, okay, einer von den dreien geht. Das war so für den Land. Ja, und dann war dann, der vierte ging halt nicht, na gut, dann musste der ja der fünfte irgendwie. Und der kam aber richtig. Der kam richtig. Das waren dann die 69, 40. Der Olympische Rekord. Also mit dem Wurf hätte ich alle Olympischen Spiele vorher auch gewonnen. Das ist schon cool. Ist natürlich doch viel schöner, das vom Lars Riedel persönlich zu hören, als im Buch zu lesen. Aber genauso habe ich mir das vorgestellt, dass du das auch dann so emotional auch erzählt. Und wir haben ja auch oben auch schon, übrigens, da kommen wir nachher auch nochmal zu, du bist nicht der einzige Olympionike. Da kommen wir nachher nochmal zu, denn der Papa von der Liv war Kanut oder ist immer noch Kanut und der war auch mit dir in Atlanta. Aber da nachher noch mehr dazu. Also auf deiner Seite, um das nochmal zusammenzufassen, du hast gesagt, löst dich, nimm Abstand, betrachte alles aus einem anderen Blickwinkel und falls es geht, lass die Emotionen außen vorn. Und das hat dir geholfen. Auch wenn du gesagt hast, ich muss auf Toilette, ich muss einfach raus, egal wie. Und auch wenn derjenige, der ja mit dir gekommen ist, der dich beobachtet, damit du ja nicht andere Sachen austauscht oder irgendwas einnimmst, der hat vielleicht doof geguckt, aber das hat dir geholfen. Genau. Also hat dieses Prinzip funktioniert. Genau. Danach hat dann irgendwann mal ein Psychologe, ein Sportpsychologe gesagt, ich habe alles richtig gemacht. Wusste ich zwar hoch, aber egal. Aber der hat dann zu mir gesagt, dieses mit dem sichern Lars und du bist im Grunde dann einfach, ich habe das auch gemerkt, ich bin reingekommen und habe wirklich wie so 50 Kilo weniger auf dem Rücken gehabt. Also du warst einfach, du hast nicht die ganze Zeit daran denken müssen. Und ja, also bei mir war das der richtige Weg. Für jemand anderes ist es halt irgendwo eine andere Sache. Aber man sollte dann schon mal auf das Bauchgefühl hören. Jetzt haben wir mit Atlanta natürlich hier heute Abend begonnen, aber Atlanta 96, da ist ja noch viel, viel vorher geschehen. Das heißt, wo ich jetzt auch ein bisschen mit dir mich unterhalten möchte, ist dein Papa, das war ein Vorbild. Das war also ein Kämpfer für dich, der war ein Tröster für dich. Du schreibst in deinem Buch oder schreibst in deinem Buch, dass er der Supermann war. Also ich kann das nachvollziehen, weil ich glaube, jeder von uns hat, entweder ist Mama oder Papa, so eine totale tolle Bezugsperson, die einem auch dann durch das Leben führt, durch junge Jahre, durch die jugendlichen Jahre. Ich habe in den Fotos, das habe ich auch gesehen, dein Papa war auch nicht klein. Wie groß war der? 1,96? 1,96. 1,96, genau. Auch Sportler oder wie ging das los? Wie habt ihr das entdeckt bei dir? Also er kam, er war so querfeldein, vom Querfeldeinfahren ist er dann Boxer gewesen und hat dann unwahrscheinlich viele umgehauen. Also Schwergewichtler. Jetzt ganz doof, querfeldeinfahren heißt das? Mit dem Fahrrad, mit dem Fahrrad. Also der hat sich erst richtig gequält. War so ein Ausdauerkraft-Ausdauer-Typ. War dann Boxer und war dann Leichtathleten. Wir hatten einen Trainer mal gesagt, der bei uns am Sportlip war, der sagt, das was du in Schnellkraft bist, war dein Fahrrad in der Ausdauerkraft. Also er wäre der ideale Rudauer gewesen, war in Potsdam, hat er duale Werte weggehauen und meine Mutter hat aber nicht nach Potsdam gelassen. Sonst wäre ich in Potsdam groß geworden und wäre vielleicht heute gar nicht hier und wäre Segler. Mit mehr Tiefgang. Du hast auch Geschwister? Du hast zwei Geschwister? Genau, ich habe zwei jüngere Geschwister. Und deshalb hat mein Vater mich auch ganz schnell in der ersten Klasse schon zum Sport geschickt, weil ich mit meinen zwei jüngeren Geschwistern, gerade mit meinem jüngeren Bruder, das war halt wie so ein größeres Spielzeug. Und ja, ich habe dann viele Sachen gemacht, die mein Vater nicht so toll fand. Also am langen Arm verhungern lassen? War das auch so ein Spiel oder so? Nee, Ausdauer war ich nicht so gut. Du hast auch angefangen mit Sperrwurf. Ja, wir haben ja, wir haben da Leichtathletik, also alle technische Disziplinen gelernt. Ich habe mal nach dem Urlaub irgendwann beim Jürgen Schuld mal 1992 ein Jedermanns-Hinger mitgemacht, da haben wir knapp 7000 Punkte gemacht. Also ja, das haben wir alles ganz gut hingekriegt. In welchem Alter hat Papa und du gemerkt oder die Eltern generell, oh ja, den können wir fördern? 3, 5, 6? Oder kam das so schlecht? Nee, es war halt diese Energie da. Ich sehe es jetzt bei meiner Tochter, die ist 5, die hat genau diese gleiche Energie. Die muss irgendwo raus und das Beste ist natürlich, wenn du die jetzt in dem Alter schon in Bahnen lenkst, Techniken lernst und in Spaß vermittelst. Und das hat mein Vater gemacht. Ich bin dann immer dort schon 2, 3 Mal die Woche zum Leichtathletik-Training gegangen. Habe in der ersten Klasse sogar schon zwei Klässler geschlagen mit dem Ballwerfen. Das war so meine Spezialdisziplin. Ich war in so einem ganz, 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 ganz dünner. Da gibt es ja auch hier so eine Futter drin. Aber du hast groß und schlank, also wirklich dünn. Also nicht so muskulös. Ich hatte ein Riesenglück. Ich hatte so ein Verfahren entwickelt, wie man Muskeln verstecken kann. Ich kenne das. Mache ich seit 50 Jahren. Ich habe auch ein Patent. Und dann kam die zweite Klasse. Das war ganz interessant. Und dann bin ich dann explodiert, weil die Technik natürlich immer besser wurde. Das war für mich das Wichtige. Diese Technik. Ich habe gemerkt, du kannst mit der Technik auch größere und kräftigerer besiegen und gewinnen. Und das war schon... Also ich habe den Kreisegurt 48,5 in der zweiten Klasse. Der steht jetzt noch. Der ist nicht schlecht. Also versuche mal, den Ball 48,5 zu werden. Also ich glaube, ich habe da eh zwei linke Füße. Was würdest du jetzt, fällt mir gerade ein, was würdest du jetzt so sagen? Du hast das schon gemerkt. Du hast die Power gehabt, die physische Kraft. Aber durch die Technik, auf einmal gingst du ganz steil, hast du gerade gesagt. Was meinst du, wie viel Prozent waren das denn jetzt so, wären das dazu gewesen? Was schätzt du? 25, 25? Also in dem Alter war es die Schnelligkeit und die Technik. Da hatte ich überhaupt noch keine Kraft. Da war nichts da. Und deshalb habe ich dann auch oft dann später dann so, wo dann andere schon weiterentwickelt waren. Ich war so ein Spätentwickler, die hatten dann schon Schnurri und was weiß ich nicht. Also und die waren dann auch, die sind dann weg. Die sind einfach, deshalb habe ich auch kein Spätelf mehr gemacht, sondern bin dann, also der eine, mit dem ich mich gemessen habe, der ist zum Sportclub, Anfang der siebten Klasse. Und ich hatte damals keine Lust. Meine Mutter hätte mich auch nicht gelassen. Mein Vater hat so einen Hals gehabt. Der wollte das unbedingt, aber ich habe gesagt, nein. Meine Mutter hatte Bauchgefühl. Sehr gutes Bauchgefühl, weil die hat gespürt, das ist nicht gut für den. Und das wäre auch nicht gut gewesen, weil die mich kaputt gemacht hätten. In diesem ganzen Fördersystem gingen sie am Spatageaden, da ging es schon Medaillen und das in dem Alter so. Ich war wirklich ein Hemd. 1,91 Meter. Ich bin zum Sportclub gekommen, Anfang der 10. Klasse mit 1,91 Meter und habe 72 Kilo gewogen. Ich musste jedes Gramm im Grunde wieder antrainieren und anessen. Also das war nicht so schön, obwohl es hat geschmeckt. Das heißt also, als die Eltern merkten, das müssen wir fördern, dann ging es dann ins Sportinternat. Genau. Das war dann Anfang der 7. Klasse wäre es normal gewesen. Das war noch zu DDR-Zeiten. Genau. Anfang der 7. Klasse wäre es normal. Da hat meine Mutter gesagt, nee. Und dann wäre ich bei einer Handballer. Also ich war ja immer Handball noch nebenbei gespielt. Ich wäre bei einer Handballer geworden. Okay. Stichwort. Die richtigen Handballer sind heute eh nicht da. Das ist schon klar. Auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, punktemäßig sind wir safe. Aber wer ist denn trotzdem, wer würde gerne so zweite Halbzeit gucken? Na, Zwischenergebnisse. Ja, Zwischenergebnisse. Ja, Zwischenergebnisse. Jede Minute. 19, 18, 20 geht ja nicht. Also, ich glaube, nicht ich glaube, sondern ich habe Axel Wolf gefragt. Ich denke, dass wir um kurz vor halb auch hier das schöne Interview 90 Minuten, wir haben beim letzten Mal zwei Stunden. Harry Weinfurt hat ja noch die 45 gefühlten Karten noch beantwortet von mir. Presse hat ja auch gleich geschrieben, gleich überzogen. Jubiläumsausgabe 20 Mal. Zack, überzogen. Also wir machen heute pünktlich Schluss. Aber wir haben auch die Möglichkeit, alle hierbleiben und dann können wir noch mal schön die zweite Halbzeit gucken. vom Handball. So, das war jetzt der Block für die Information. Handball. Also dann jedenfalls, genau. Dann so ein bisschen nicht so richtig gewusst, also ein bisschen Handball gespielt, ein bisschen Leichterlege weitergemacht und dann Anfang der 10. Klasse, dann war es schon Discus, also du hast dann später erst mit Discus angefangen und dann kam noch mal der Jürgen Sachse, der war Zweiter bei den Spielen 72 im Hammerwerfen als Trainer auf mich zu, hat mich gefragt und dann hat meine Mutter gesagt, jetzt bist du alt genug, jetzt kannst du. So, Messner sind wir zu ihr zur Kur gefahren und so, ich fahre natürlich schon so ein bisschen clever mit mir vorher gesprochen, wie machen wir es am besten und wie reden wir mit ihr und was sagen wir dann so. Ah, okay. Taktisch clever. Also Takt, ja Taktisch. Ist ja auch ein Thema für den Sport, Taktik, ne? Also auch Taktik, wie geht man mit den Gegnern um? Nicht zu verwechseln mit Tic Tac. Ne, auch ein schönes Thema, muss ich sagen, also auch sehr, sehr vorbildlich. Du hast ganz großen Respekt, ich denke mal, da kommen wir nachher auch noch mal dazu, ganz großen Respekt von, also du hast geschrieben, wenn jemand wirklich besser war, da hast du natürlich den Ehrgeiz zu gewinnen, aber wenn jemand besser war, dann hast du es ihm auch gegönnt und hast es auch, ja, also das ist einfach auch gut verarbeitet, wer es verdient hat. Es gibt tolle Sätze darüber, wo ich sage, das ist, ich erinnere mich noch an die Eisläuferin in Amerika, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, das ist jetzt glaube ich 25 Jahre her, die hat der Konkurrentin da in die Knie schnaken lassen, nur damit sie gewinnt, ist es das ganze Leben lang nicht glücklich geworden. Ich meine, das ist eine Extremsituation, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man doch der ein oder andere Kollege, jetzt hat der doch Gold geholt oder der hat die Weltmeisterschaft gewonnen, dass das doch in einem so ein bisschen so rumort. Die haben ja alle genauso trainiert wie ich, manchmal sogar noch viel mehr, weil ich natürlich nicht ganz so, ich war nicht, also ich war schon fleißig, aber ich war auch sehr effizient. Also mein Trainer hat manchmal gesagt, faul, aber egal. Ich finde es effizient, klingt schöner. Also ich habe mir wirklich vorher auch den Kopf gemacht, bringt das mir jetzt wirklich was und habe da viel rumgetestet. Also deshalb gehe ich davon aus, in manchen Dingen haben viele mehr trainiert. Am Ende zählt aber ja das, was du bringst, ein Wurf reicht ja, musst du nicht sechs so weit haben und das war halt immer so mein Ding halt, also auch ein bisschen auf Risiko zu gehen halt so. Ja, aber auf Risiko, jetzt mal, wenn man Risiko geht, kann ja auch immer sein, dass die Rechnung nicht aufgeht und auf einer Seite in deinem Buch schreibst du in der Überschrift der erste Frust. Kannst du das abrufen oder wir können ja auch Seite 38 gucken. Guck mal. Ja, du siehst ja, ne? Ich tue jetzt so, als ob ich mich geil vorbereitet habe. Ich habe einfach mal so gelbe Zettel reingehauen. Nein, nein, also so schön. Hier, der erste Frust. Was weiß ich in diesem Sport? Talent und Fleiß, genau, ja. Das ist natürlich immer, das wird immer so dargestellt, Talent. Was ist Talent? Meiner Meinung nach ist Talent eigentlich auch schon in gewisser Art von Fleiß, weil du hast ja für irgendwas eine riesen Begeisterung gehabt, eine riesen Leidenschaft gehabt. Also geh jetzt mal zu dem, ich sehe das jetzt an meinen Kindern oder an meinen Sohn damals auch, dass du genau hin und jetzt merkst, okay, der ist vielleicht jetzt im Singen jetzt nicht so gut und der ist vielleicht jetzt im Musikspiel nicht so gut und macht aber jetzt das gerne halt so. Und dann macht er das ja gerne. und dann macht er das öfters. Und dann sagt man immer, oh, der hat ja ein Talent dafür gehabt. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was dich mal am Anfang mehr begeistert hat als andere Dinge. Und da liegt es natürlich oft an den Eltern vielleicht. Was machen die mit dir in der Freizeit? Wie viele Dinge bringen sie dir nahe? Wie viele Techniken lernen sie dir? Dass du auch erst mal überhaupt die Möglichkeit hast, zu unterscheiden, was möchte ich denn von den ganzen Dingen? Deshalb finde ich halt wichtig, dass ein Kind, gerade im Schulsport, deshalb der Schulsport, also die DDR-Zeit, da war schon klasse. Da hast du eben alle Techniken gelernt. Und jetzt konntest du dann später mal irgendwann entscheiden, was magst du, wo hast du, oder da gab es eben auch dann die AGs, die Musik-AG, die Mal-AG, mit Instrumenten und so. Also ich denke, ein Kind, für ein Kind sollte man ganz, ganz wichtig alle drei Komponenten zur Verfügung stellen, dass die alles mal lernen, überall mal Kontakt bekommen und dann können sie entscheiden. Und dann merkt das eine Kind, Mensch, da habe ich das, das gefällt mir mehr und dann macht das mehr. Und dann sagt mir irgendwann, wenn der mit 20 dann halt irgendwo seine erste Ausstellung macht mit Bildern, ja, der hat ja da Talent gehabt. Nee, der hat bestimmt eine Technik gelernt, weil ihn das gerne gemacht hat. Und der andere geht ihm gerne mit dem Paddelboot und paddelt da eben, so weil der Papa vielleicht eben mitgenommen hat. Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig halt, dass man den Kindern so viel wie möglich halt einfach bis 12, bis 14 beibringen sollte und die Möglichkeiten eröffnen sollte und dann später wird das Kind sowieso seinen Weg gehen und das nehmen, was ihm am meisten Spaß macht. Das wiederholt sich gerade, was du gerade, ich weiß ja, ob du es beim Kaffee vorhin oder oben gesagt hast, du würdest vielleicht auch gerne mal was unterstützen, was diese drei Säulen, und das sind genau diese drei Säulen, die du beschrieben hast, wo man wirklich Kindern sagt, das war die sportliche Komponente, die kreative Komponente und die Musik. Die musische Komponente. Genau, das sind die drei wichtigen Säulen. Und dann noch eine andere Geschichte, da haben wir jetzt, wir sind jetzt gerade dran, ich bin jetzt in Düsseldorf und mache so eine Behandlung mit Eigenblutigkeit für mein Knie und da bin ich auch Magenbotschafter und dort sind wir auch gerade dran, so eine Sache, die in Amerika schon mal getestet worden ist in vielen Schulen, jetzt zu aktivieren. Ihr habt da viel drüber gelesen und zwar, der Schulsport ist ja eh schon das, was in der Schule leider hinten dran steht. Das ist schon mal ganz schwierig. Da will ich aber gar nicht rein, da hast du sowieso keine Chance. Aber, wie wäre es denn, wenn alle Kinder früh 20 Minuten Bewegung machen würden? Einfach nur vor der Schule Bewegung. Da gibt es wunderbare Studien. Ich meine, jeder, der irgendwo im Sport- oder im Medizinbereich tätig ist, weiß, dass natürlich eine ganz andere Sache passiert. Durch Blutung etc. Das wäre genial. Der, der so üpplich ist, der kommt ein bisschen runter und der, der so früh noch verschlafen ist, der ist immer hellbar. Also es gibt ganz andere schulische Leistung und eine ganz andere Ruhe in der Klasse. Aber das hat auch was mit der Kultur zu tun, denn wenn ich denke, nicht nur die Kinder, sondern schauen wir mal China an. Also die Chinesen denken da ganz anders. In einer großen Firma oder so, da ist das, so habe ich mir das mal sagen lassen, ganz normal, 8 Uhr oder was auch immer, Fließbandarbeiter, das ist ein, ich sage mal ganz offen, das ist ein Scheißjob, aber die stehen alle auf dem Hof und klar, jetzt kann man natürlich gespaltener Meinung sein, also alle gerade und so ein bisschen, aber die machen Übungen oder im, ich muss mir vorstellen, jetzt wir werden in der Stadt vom Rathausplatz und wird sich so eine Gruppe und macht Qigong und macht, ja, aber wir lachen darüber. Ich meine, eigentlich ist das doch gut. Runterkommen, wie du schon sagst, der eine wird wacher, der eine kommt runter und dann geht man eben halt zu seinem Tagesgeschäft über, was ist daran so schlimm. Aber gut, das ist unsere Kultur. Aber die Leistungen und ich sage mal, für die Kinder würde man wirklich was Gutes tun, weil ich kann mich sehr, sehr gut noch an die Zeit erinnern, erste, zweite Klasse, für jemanden, der sportlich so ein bisschen unterwegs ist, ist das Schlimmste, ruhig sitzen und nach einer Dreiviertelstunde, wenn du dann endlich rennen willst, darfst du wieder nicht rennen. Ist dann eine Katastrophe. Warst du ein unruhiges Kind in der Schule? Ich war, also nicht ganz so extrem, also so, aber ich war schon Bewegungs, ich hatte Bewegungsdrang, was ja fast jedes Kind hat und das ist eben, dort könnte man zumindest so, also das ist eine sehr, sehr interessante Sache und da bleiben wir auch dran. Wir haben sogar schon mit dem Krönermacher jetzt mal, mit dem Professor Krönermacher schon gesprochen. Der Bruder von? Genau, genau. Und wir werden mal schauen, was draus wird. Also da habt ihr auch schon so Kontakte geknüpft. Das interessiert mich heute, der Bereich, ja. So, also das ist so ein erster Teil. Trotzdem würde ich dir gerne nochmal, dass du etwas erzählst, denn ich fand das so bemerkenswert, da schließe ich so ein bisschen den Kreis zu dem Thema auch gönnen und auch fair bleiben. Du hast in deinem Buch geschrieben und bevor wir dann unseren Michael Wiese hier an die Seite oder aufrufen und ich ihn begrüßen darf, würde ich gerne nochmal darauf Fairness als Lebenseinstellung. Das ist auch für dich wichtig, das ist in dem Buch auch drin, Fairness als Lebenseinstellung. Stichwort, ich kannte den Jim Thorpe gar nicht. So, und der Jim Thorpe war der Zehnkämpfer, schon ewig her, 1912. Steht in deinem Buch, du guckst so kritisch, das ist wirklich so. Okay, du kannst einschreiben. Ich kannte mein Autor wahrscheinlich. Der ist ein bisschen älter. Nein, aber ich erzähle das jetzt einfach mal so. Der hat wohl angeblich gegen Amateurvorschriften verstoßen. Er hat eine Goldmedaille geholt im Zehnkampf. So, und die wurde ihm dann aber aber erkannt und ein anderer, ein Schwede, hat dann, ist aufgerückt. Und dieser Sportskollege hat gesagt, Dankeschön, aber ich nehme das nicht an, weil ich habe mir das nicht verdient. Ich habe mir das nicht verdient, weil er eigentlich das verdient hat. Und es war nur ein Reglement. Das ist so wie, ja, wie war das jetzt gewesen? Ich glaube, da kommen wir nachher noch mal beim Lutz-Libowski dazu. Irgendeine Regel wurde dann später verändert, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und dann galt das auf einmal. So, die Leistung hat dann der schwedische Sportkollege anerkannt und das ist eigentlich eine tolle Sache, nicht zu sagen, ja, jetzt habe ich die Goldmedaille, weil der andere hat ja verkackt, sondern, nee, er hat gesagt, ich nehme das nicht an. Und für mich ist das der Goldmedaille. Das ist in der heutigen Zeit manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, aber das hatten wir auch im Internat. Es gab bestimmte, unerausgesprochene Regeln, die einfach so in diesen Fair-Bereich reingehen. Und ohne die ist es auch nicht möglich, sich wirklich auf einem sehr guten Niveau zu messen. Also wir hatten damals die Union-Weltmeisterschaft in Athen das erste Mal im NSW, also im Nicht-Sozialistischen Währungssystem. Da haben wir sogar ein bisschen Westgelden gekriegt und so. Das ist so NSW, habe ich noch nie gehört. Hat das jemand schon mal gehört hier? Nicht-Sozialistische Währungssystem. Ich gehe mal eben sanitär entspannen. Das hört sich genau so an. Ja, das sind so die Dinger, die noch drin sind. Und jetzt waren natürlich einige, die so 57, 58 Meter werfen konnten bei den Junioren. Und im letzten Versuch hat mich dann ein bulgarischer Diskuswerfer gefragt, ob er Magnesia, wir sind so trainiert worden, dass wir nämlich alles dabei haben. Und dann hast du einen Magnesiatopf, wo das Magnesia drin ist und so. Und dann hat er mich gefragt, ob man es kriegen kann. Das ist ganz logisch, klar. Wenn das andere war alle, gebe ich dem das halt. Der hat sich auch bedankt dann bei mir danach, indem er sechs Zentimeter weitergeworfen hat und ich war auf Platz vier. Ja, man lacht, aber... Ja, aber das ist natürlich halt... Ich konnte ja zu dem Zeitpunkt, ich war natürlich total sauer, bin dann zu meiner ersten Döpingkontrolle da rein, da gab es damals bei der Döpingkontrolle Bier. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich dieses Röhrchen getroffen habe, aber ich habe zumindest ziemlich viele Bier vorgetrunken. Das war jedenfalls total witzig. Was ich aber damit sagen will, ist, für mich war es im Nachhinein gesehen, das Beste, was mir passieren konnte. Wenn ich damals Dritter geworden wäre, wäre ich sofort gefragt worden, ob ich hier in die Partei gehen möchte, Doping-mäßig, ob ich jetzt nicht langsam mal dran denken würde, mal was zu nehmen und so weiter. Das heißt, ich war christlich erzogen, also ich hätte ein Riesenproblem gekriegt. Also ich in der SED und so, das wäre schwierig geworden. Also im Nachhinein guckst du manchmal so zurück und sagst, siehst du, guck mal an, diese Enttäuschung damals war das Beste eigentlich auf dem Weg, was du bist mit mir da. Das passiert öfter, wenn man so zurückdenkt halt so... Lars Riedl, in Dienstlagen. Ganz fantastisch. So, und ja, damit wir noch ein bisschen Bewegung und Dynamik hier hineinbekommen. Also du hast jetzt gleich ein kleines Päuschen. Ich darf dich mal... Bitte auf der Bühne, bleib auf der Bühne, nur mit genau so, weil wir werden ja jetzt die Bühne ein bisschen vergrößern. Und bevor wir aber den nächsten Gast auf die Bühne bitten, ja, sonst wäre natürlich jetzt Melvin dabei, aber wir machen das ja anders. Sagt euch das was hier? Ja, ne? Also es gibt ja hier, Lars, schau mal hier, das Maß ist voll erster, das Maß ist voll Fanclub Dienstlaken 2018. Ja, also... So, und... Einmal umdrehen, so. So, machen wir das dann so mittig hier, ne? So sieht das aus. So, und der Fanclub ist ja hier mit zehn Männern und einer Frau vertreten. Heute sind es neun Männer. Die Heidi habe ich nicht gesehen, oder ist die Heidi da? Da ist die Heidi, Entschuldigung, ja? Heidi war das erste weibliche, Mitglied. Ist mir gerade jetzt eingefallen. Und ja, die Laura, darf ich jetzt nach vorne bitten? Und ja, wer ist jetzt der Überbringer oder der ganze Fanclub kann ja mal ganz kurz nach vorne kommen? Ja, und jetzt darf ich mal, lieber Martin, Ja, sind die, ja, ist an, halt. So, und du, ist Mikro an? Ja, ist an, so. Ja, jetzt kommt ruhig mal nach vorne, jetzt machen wir nochmal offizielle Club-Übergabe und die Laura kann sich ja auch schon... Wo ist denn die liebe Laura? Wo ist denn die liebe Laura? Da kommt sie. Jetzt müsst ihr euch mal, jetzt müsst ihr euch mal echt vorstellen, das schafft ihr, gedanklich ist der Melvin jetzt in der Begleitung, der spielt den Tusch, ja, der spielt den Tusch, der spielt die E-Gitarre, ja? Also, Melvin, wir spüren dich. So, und jetzt übergebe ich an den Club-Vorsitzenden oder wie auch immer. Bitte. Ja, liebe Laura, du bist dann die zweite Dame im Bunde. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und das Trikot ist für dich. Bitteschön. Ja, siehst du, ja. Das ist ja hier live, da wo das geht, das geht doch noch. Ja, das wird doch passen. Aber du kannst doch auch den ersten Knopf aufmachen, trotzdem geht das. Hör mal, das steht hier. Fantastisch. Herzlichen Glückwunsch. Ich schäm mich. Du schämst dich? Warum? Nein, ich bin so feinlich. Das ist ja... Ich bitte dich. Ja, also, du siehst, hier ist einfach Nähe, Herzlichkeit und, also, MeToo kennen wir alle nicht, wir haben uns alle lieb. Fahren wir, wer von euch fährt denn jetzt mit zu Harry Weinfurts Geburtstag? Du bist dabei? Müssen wir noch drüber sprechen. Weil Harry hat uns eingeladen zu seinem 70. Ja, ja, also, wir werden bei Sonnenklar einen klar machen. Dann denkt er, man braucht drei Wochen, wenn man da ist. Das ist ja hier schon zwei Stunden. Ach so. Ach so, ja, sag das bitte noch mal laut. Ich sag, beim Harry werden wir wahrscheinlich drei Wochen brauchen, um wieder zurückzukommen. Dann schon zwei Wochen, zwei Stunden hier. Ja, wenn ihr dem Harry nicht ungefähr irgendwelche Fragenkatalog von 40 Fragen gibt, dann bestimmt. Ja, also, Applaus, herzlichen Glückwunsch und die Gruppe wird immer größer. Gut. So, dann darf ich euch wieder, ja, Plätze habt ihr ja nicht, aber irgendwelche Stellplätze, ne? Auf die Stellplätze bitten, ne? Genau, ihr seid die Klowächter, ne? Seid ihr, ja. So, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir musikalisch mit Melvin zusammen, und ich brauche euch natürlich jetzt, in der Strophe brauche ich euch, und ich würde mal nochmal bitten, ich darf dir noch ein Gleischen spendieren, also ein Altbier für den Lars Riedel. Gabi, ist angekommen? Ein Bierchen für Lars, eine Weißweinschorle für Roland, und der Michael Wiese wird auch gleich gefragt, was er dann trinken möchte. Oder kann man den Michael Wiese schon, was will der Michael Wiese haben? Auch ein Alt. Auch ein Alt. Und irgendeiner sagt, einen Scholperknaben, weiß ich nicht. Okay. Gut, also, wie üblich, jetzt nichts Neues. Das ist die Strophe für unseren Gast, den Michael, ne? Und, jetzt ist das Vorspiel von Melvin. Der wiederholt das. Und jetzt kommt der Einsatz. Wir bleiben in Bewegung, auf diesem Platz der Gast. Wir haben uns gedacht, dass der ganz gut passt. Sein Leben ist der Sport, das Spiel und Inklusion. Willkommen, willkommen, Michael Wiese, und da ist er schon. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Okay, also, beim Refrain haben wir noch gerade die Kurve gekriegt, ne? Bisschen spät. Bisschen spät. Mein lieber Michael, schön, dass du da bist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich riesig, dich auch hier in deiner Funktion des BSS und was jetzt BSS heißt, das wird es uns gleich erklären, hier bei uns zu Gast bist. Denn du sagtest ja zwar auch oben im Backstage-Bereich, Lars, du als auch die LIV, alle Sportler. Und wenn man sich unterhält, wie man trainiert, aber da hast du auch gesagt, das ist eine ganz, ganz andere Welt. Und darüber wollen wir uns dann ja auch noch mal ein paar Minuten unterhalten. So, aber jetzt erst mal, wie bist du dazu gekommen? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe zwei Töchter. Eine davon hat eine geistige Behinderung, ein Down-Syndrom. Also du bist betroffen. Und von daher ist man natürlich in dem Thema von klein auf drin, die ist jetzt 33 und damit bin ich seit 33 Jahren in diesem Thema. Ja, Frühförderung, also Bewegung, motorische Sachen lernen, das fängt im Kleinkindalter an. Und irgendwann kommt dann eben auch Sport, Reha-Sport dazu. Ja, und dann war man eben nur Mitglied in so einem Verein, hat gefördert, hat mitgemacht, geholfen. Man ist ja dann auch ehrenamtlich tätig. Und vor acht Jahren, dann bin ich dann freundlich, bestimmt überzeugt worden, bei der nächsten Vorstandswahl doch mal meinen Hut in den Ring zu werfen. Und vor der Überraschung gab es eine einstimmige Wahl. Das war getürkt, Leute. Das war getürkt. Aber hat aber gut funktioniert. Seit acht Jahren, wie gesagt, mache ich das und gerne und wirklich mit viel Spaß. Ihr wählt einmal im Jahr? Nee, alle vier Jahre. Alle vier Jahre. Wollen wir nicht übertreiben. Nee, nicht übertreiben. Also wie in der Politik. Genau. Gibt es jetzt aber auch schon Diskussionen, damit zu begrenzen, so wie jetzt bei Frau Merkel und den Nachfolgern, so zwölf Jahre? Nein. Nein, 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 nein. Aber ich befürchte, das ist fast immer auf Lebenszeit so. Man wird zwar gewählt alle vier Jahre, aber es wird schwierig, da mal zu sagen, ich mache nicht mehr. Das wird, glaube ich, schwer. Du sprachst davon, du hast ja gesagt, vor acht Jahren bist du eingestiegen, aber euer Verein, der ist ja schon halt auch älter und diejenigen, die das begründet haben, sind sogar hier heute Abend? Ist das richtig? Ja, also in diesem Jahr haben wir auch ein 30-jähriges Vereinsjubiläum, von daher passt das natürlich sehr gut heute. Wann findet das statt? Können wir auch kommen? Es gibt noch keinen Termin, wird im Sommer sein, aber ich denke an, da werden wir uns was einfallen lassen. Da kommt doch irgendwas. Also die Presse wird mit Sicherheit darüber berichten. Gehen wir mal von aus. Dass das passiert. Ja, gegründet worden ist dieser Verein von zwei Menschen, die mir auch lieb geworden sind, die auch Freunde dann sind. Einer davon hat sich in Melbourne nachgemacht, der Michael Röbel ist krank geworden heute und leider nicht da. Aber der zweite, Jürgen Weber ist da, der sitzt da hinter der Säule. Da winkt er. Das ist der Jürgen, ja, den kennen wir auch. Und das war auch der mit der sanften Überzeugung da. Da und vor acht Jahren den Staffelstaat bei mich weiterzugeben. Es ist ja auch eine, ich meine das jetzt auch positiv, es ist eine Belastung, aber es ist ja auch eine Verantwortung. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass so ein Gründungsmitglied, und ich finde das gar nicht schlecht, zu sagen, okay, vielleicht auch mal eine andere Art und Weise, wie vielleicht der Vorstand aktiv wird und auch einfach auch mal ein anderer ranlassen. Das macht ja auch Sinn. Und schön trotzdem, weil, Herr Weber, wir kennen uns ja, das ist ja nicht so, dass dann derjenige, auch wenn er vielleicht in der zweiten Reihe ist, aber er kann noch einiges tun. Und es ist schön, wenn man auch bei 30 Jahren, und ich gehe mal davon aus, der eine oder andere wird auch geehrt, und kommt dann auch noch mal sozusagen zum Vorschein. Ja, ja, das ist sowieso bei unseren Leuten ein großes Thema. Also, die legen sehr viel Wert, auch Wertschätzung, liegt auch ein bisschen an der Art von geistigen Behinderungen dann. Dabei sein ist ganz wichtig bei Veranstaltungen und hinterher eine Anerkennung zu kriegen, ob es eine Medaille, eine Urkunde ist, ist eigentlich völlig egal und eine namentliche Erwähnung. Von daher ist es also solche Geschichten bei unserer Mitgliederversammlung. Du warst ja da. War ich ja auch dabei, ja. Wir verteilen dann so Gutscheine für, ja, gute Leistung, für uns heißt gute Leistung, nicht irgendwelche tollen Sachen gewonnen zu haben, sondern eher regelmäßig dabei zu sein und einfach zu merken, der macht wirklich auch Spaß an der Freude mit. Und dann verteilen wir auch dann immer dann zum Jahresende dann entsprechende Anerkennungsgutscheine. Und die sind heiß begehrt. Hast du gemerkt? Ja. Und da war es, also die haben sich also richtig, richtig gefreut, die Leute dann. Wie seid ihr, also ich habe natürlich jetzt geschaut, ihr seid aufgebaut, indem ihr natürlich viele Übungsleiter habt. Ihr habt 18 Übungsleiter, glaube ich, so roundabout ungefähr. 220 Sportler. Ja. Ist das richtig? Ja. Wobei... Aber nicht Mitglieder. Also Mitglieder habt ihr ja 120 oder so, 130? In der Ecke. Ja, es liegt daran, also wir sind ja ein Reha-Sportverein, das muss so sein, um das Ganze finanziert zu kriegen. Und das heißt, BSS steht auch für Sport, für Spaß und auch für... Bewegung, Sport, Spiel heißt es BSS. Das heißt also, es geht in keinster Weise um Leistungssport, sondern wirklich tatsächlich Bewegung. Was wir gerade auch hatten, genau das ist auch meine Meinung, Bewegung ist ganz wichtig. Ja, und dass es über Sport geht, ist eigentlich klar, aber Spiel und damit auch Spaß steht bei uns im Vordergrund. Stichwort, Bewegung. Also, Bewegung. Ja, das ist ganz wichtig. Also Nacken, Nacken und Handgelenke. Nacken, Handgelenke. Einnahmiges Reißen. Ich wollte das einfach nur nutzen, weil du hast jetzt ein Bier und darfst jetzt gar nicht trinken, weil du hier ständig antworten musst. Also, ihr seid viele Übungsleiter, die, jetzt frage ich, alle freiwillig, alles nebenberuflich oder hauptberuflich, oder Freelancer, wie man das so nennt? Ja, also, die kommen eigentlich alle aus sozialen Berufen, arbeiten viele in der Albert-Schweizer-Anrichtung, also in der Behindertenwerkstatt hier in Dienstlagen und haben dann nebenher in Ausbildungen dann eben Übungsleiterscheine gemacht, also so eine Trainer-B-Lizenz für Menschen mit geistiger Behinderung, dann eben als Reha-Sport-Trainer. Und das ist eine Bedingung, sonst könnten die bei uns gar nicht anfangen, weil wir sonst diese Menschen gar nicht dann endlich betreuen dürften. Das ist rein rechtlich auch so und auch in Ordnung so. Das ist ja auch richtig. Genau. Was habt ihr für Bereiche? Ihr seid so unwahrscheinlich vielfältig auf eurer Homepage, die kann man ja einfach sich merken, BSS, ne? Ja, BSS. Genau, also ihr habt da Fußball, aber erzähl mal, was gibt es da für Möglichkeiten? Also der Kern in der Gründung war eigentlich die Psychomotorik, also sprich Bewegungsförderung. Und das geht spielerisch, soll das gehen und damit soll das für jedermann offen sein, egal wie groß sein Handicap ist, ob auch eine körperliche Einschränkung dazu kommt, was bei vielen dabei ist, also eine Spastik oder ähnliches, wird eben Psychomotorik gemacht. Eine zweite große Gruppe ist dann Fußball, das heißt dann offiziell Ballspiele, sonst Fußball dürfen wir nicht, wir müssen also Ballspiele machen, aber das ist nur eine Namensgeschichte. Ist das aus juristischen Gründen, damit man sich jetzt nicht unter Fußball was anderes vorstellt? Nein, ja ganz einfach, also jetzt mal unter uns jetzt hier, wir sind ja nicht in der Öffentlichkeit. Nein, nein, nein. Kann man also sagen, nein, sonst gibt es einfach Probleme mit der Abrechnung, weil Fußball ist kein Reha-Sport, so einfach ist das. Ah, okay, ja. Sondern Ballsport ist Reha-Sport, aber Fußball nicht, kann man darüber diskutieren, aber es ist halt so, aber jede Krankenkasse weiß, was wir machen, jede Krankenkasse ist uns egal, ihr müsst es nur auf dem Papier so nennen und Gutes. So, also das ist die zweite große Gruppe, Schwimmen wird angeboten, wir machen Rollstuhlsport, eben Menschen mit geistiger Behinderung, die auch im Rollstuhl sitzen, sind eben dabei und Seniorensport ist auch ein Thema, weil es inzwischen ja auch ältere Menschen mit geistiger Behinderung gibt, das war ja bis vor, ich sag mal, zehn Jahren kein Thema, aus der deutschen Geschichte heraus gab es eben keine Leute, die älter waren wie 40, 50, denn da gab es ja mal hier so ein Regime, die das erfolgreich verhindert haben, dass Leute überhaupt lebten. Und also im Prinzip gibt es kaum Menschen mit einer geistigen Behinderung, die deutlich vor 1945 geboren sind, das ist einfach so. Aber die gibt es Gott sei Dank und werden auch entsprechend gefördert, aber da muss man dann eben, wie in allen Bereichen, im Seniorenbereich sein. So, und auf eurer Homepage, ich fasse das nochmal zusammen, also man spricht hier von Rollstuhlsport, von Schwimmen mit Mutter, Kind sogar, Wassergymnastik, Laufen, Walken, Rückenschule, besagte Psychomotorik, rhythmischer Tanz, ist das noch aktuell oder stand... Ja, das ist ja so halb. Oder dürft ihr das auch nicht nennen? Doch, 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 doch. Das wird gemacht in der Albert-Schweitzer-Einrichtung und wir stellen dafür den Übungsleiter. Das ist also kein Sportangebot direkt von uns, wir sind da nur eingekauften Übungsleiter. Also wenn dann ein Rezept der Arzt ausstellt und sagt, du hast Reha-Sport, du bist befähigt oder darfst Reha-Sport nehmen, dann können wir auch zu dir kommen. Sofern das eben aufgrund einer geistigen Behinderung ist. Ist es eine Körperbehinderung, ist es eine psychische Behinderung, dürften wir das nicht, da gibt es entsprechend andere Vereine für. Meine Herzsport ist auch Reha-Sport, dürfen wir auch nicht, weil uns einfach die Qualifikation fehlt als Übungsleiter. Und ihr macht das auf der Hünsterstraße oder in der Albert-Schweitzer-Einrichtung? Wir machen das in mehreren Orten, also der Sport wird in Schulsporthallen im Wesentlichen gemacht. In der Albert-Schweitzer-Einrichtung bieten wir Kurse an, in Verbindung eben mit der Werkstatt. Seniorensport findet in einer Wohnstätte statt, damit man die Leute eben nicht die Wege haben. Da gehen wir zu den Leuten halt hin. Schwimmen ist in der Bismarckstraße, in Leerschwimmbecken, das dankenswerterweise von der Stadt liebevoll gepflegt wird, bis die Neubauten fertig sind. Vielen Dank nochmal, Herr Heidinger, dafür, dass das nach wie vor ertüchtig wird. Das ist nicht so einfach, dieses alte technische Gebilde am Leben zu erhalten. Aber vielen Dank, dass das immer noch klappt, denn sonst hätten wir echtes Problem, bis der Neubau fertig wäre. Ja, das ist ein schönes Gebinde, was du uns erzählt hast. Wir werden natürlich nachher nochmal auf dich zurückkommen und auch auf den Verein BSS. weiß, auch, dass man sagt, okay, das Training und der Sport, das ist die eine Sache, aber man macht das ja, vielleicht der eine macht es einfach für sich und sagt, danke, ich gehe nach Hause. Aber es gibt ja auch dann Events und es gibt auch Wettkämpfe, aber da unterhalten wir uns nachher natürlich noch ein bisschen länger. Du bleibst jetzt gerne nochmal bei uns und wir sagen herzlichen Dank, lieber Michael Wiese, dass du bei uns bist. So, und ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht bist du gleich so lieb, auf die Ecke zu gehen, dann kann ich nämlich auch die Liv Grete hier gleich willkommen heißen. Ich möchte jetzt aber schon vielleicht was loswerden und zwar, jetzt ist die Aufmerksamkeit so hoch, nachher zum Schluss, am Ende, kurz vor der zweiten Halbzeit Handball, dann geht das vielleicht immer so unter. Ich habe hier die Uhr, die habe ich immer im Blick, aber da ist jetzt genau dieser weiße Kasten davor. Vielleicht kann man mir die Uhr mal ein bisschen nach rechts stellen, dann habe ich eine größere Chance. Nee, das ist ganz schlecht. Also irgendwie dahin. Aber vielen herzlichen Dank. Nein, ich möchte mich natürlich, weil das hast du auch gerade eingeleitet, wenn gewisse Behörden nicht mitmachen, dann kann man noch so, ja, sich aufreiben, so Charity sein, so Benefits machen, alles Mögliche, aber man braucht die Gebäude, man braucht die Logistik, man braucht so viele Sachen halt. Und ich will dir das einfach nochmal zum Anlass nehmen, auch nochmal mich hier zu bedanken, für die Unterstützer und für die Sponsoren, die eben halt seit über fünf Jahren diesen Talk mit super tollen, tollen, prominenten Gästen, mit Größen aus Dienstlagen, die sich im kreativen, im karikativen Bereich verdient gemacht haben und auch mit Talenten, wie wir gleich die Liff-Gräte sehen werden. Und das kommt nicht von ungefähr. Und darum würde ich mich sehr freuen, wenn Sie das akustisch und ihr das honoriert, dass ich mich oder wir uns ganz herzlich bedanken, erst mal bei der Stadtdienstlaken und das Team vom Kulturamt. Ja, also Herr Dr. Heidinger und Stefan Hutmacher und das ganze Team, die eben halt schon über 21 Mal und jetzt kann ich auch nochmal was sagen, also da werden wir uns vielleicht nachher nochmal unterhalten, aber ohne den Namen zu nennen, du hast mich schon lose etwas angeboten, weil du ja auch Connection hast, möglicherweise die eine oder den anderen Talkgast im nächsten Jahr vielleicht auch mal zu fragen oder für das nächste Jahr und dann werden wir vielleicht, ja, wenn er sich jetzt wohlfühlt und sagt, oder er sagt, ja, Max Mustermann, vergiss es, Dienstlaken, schön, Publikum, nett, aber der Mann in der Mitte, vergiss es, ich weiß es nicht. Also, ne, also es geht weiter und es geht nur weiter, wenn wir natürlich auch Gagen bezahlen können, technisch bezahlen können und darum sagen wir vielen herzlichen Dank natürlich auch der Stadtdienstlaken, aber auch ein riesengroßes Danke, leider heute keiner da, von der Niederrändischen Sparkasse Rhein-Lippe. Und schon ganz lange dabei, heute Marc Helmich, leider irgendwo beruflich wieder unterwegs, die Helmich-Gruppe. Also, das sind die großen, möchte ich auch wirklich ganz offen sagen, das sind wirklich die großen drei, die eben halt auch monetär, ist halt, Geld ist einfach wichtig, ja, muss man auch sagen, die das eben halt machen, aber der Applaus ist nicht weniger gering, wenn ich mich bedanke, bei Agentur Goldenhaus und Imquadrat. Friseur Schürmann, hier. Im Internet gibt es lustige Bilder, glaube ich, gleich, ja. Dann natürlich die Vorverkaufsstellen, Reservix und die Neutergalerie, die immer hier die ganz tollen elektronischen Stählen aufstellt, mit unseren tollen Plakaten. den Shuttle-Service, Ulrich Koll ist heute hier. Vielen Dank an das Autohaus Becker und Stopka. Und, äh, die... Da kann er berichten, er fährt, glaube ich, Land, selber, ja, also er weiß, von was er spricht. Ja, 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 ja. Kannst Vertrag schon fertig machen, wir regeln das gleich. Gibt ja jetzt diese Premium-Wochen bei euch, oder so, habe ich gehört. Nee, vorbei schon? Ach so. Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön, weil wir sind ja früher, auch das, äh, plaudere ich jetzt mal ein bisschen aus der Schule, ähm, wir sind nach dem Talk, sind wir immer rüber zum Weinrestaurant und haben dann noch immer deniert und gespeist und gegessen und getrunken und mit den Promis und, und, äh, Harry Weinfort, sage ich mal ganz offen, um halb drei habe ich ihn dann am nächsten Tag ins Hotel gebracht. Das war ein toller Abend, ja. Äh, war super toll, besonders, weil ich um sieben Uhr woanders auf der Matte stehen musste, ja. Harry ist ein Pfundskerl, weil es ist, äh, Darum ist das geilste Mann der Welt, sage ich mal. Ja, und da hat man eigentlich die Überraschung vor, Melvin sollte eigentlich nochmal dieses tolle Lied spielen, äh, Holland ist die geilste Stadt der Welt, aber das macht er dann im Juni, wenn Saskia Valencia kommt, ja. Also, da wisst ihr schon Bescheid. Also, Weinrestaurant zur Altsapotheke bringt jetzt sogar hier für die Torgäste danach das Essen, also auch da kann man sich mal ganz recht herzlich bedanken. So, und, äh, last but not least, die letzte Seite, ein riesengroßes Danke natürlich hier an den Gastgeber örtlicher Natur, die Gaststätte Maas mit den Pächtern, Axel Wolf, Ludger Hullermann und Gerd Goch und natürlich das ganze Team um die Gabi, um die Nadine und um Laura Stern Peter, der immer die Bühne hier so toll präpariert, so, und dann die letzten drei sind der Kai Daubermann, der die Kamera führt, ja, auch hier immer auf Facebook schauen, anderthalb Wochen, zwei Wochen, da kommt der Trailer erst, dann kommt die große Sache und hier der Fotograf mit dem Riesenrohr, der Dirk Pöter, ja, Technik und Licht, die beiden hier, der Jones und der Marius Füssel. Vielen herzlichen Dank. So, so, und ja, jetzt kommen wir, jetzt schauen wir mal auf die Uhr, okay, sieben nach neun, das passt ja alles hervorragend und jetzt hören wir wieder das Vorspiel vom Melvin. Ihr wiederholt das? Hier kommt ein junges Mädel, auch diese liebt den Sport, vom Wasserpaddelkanu, erzählt sie heut vor Ort, trainieren tut sie immer, ob Sonne oder Schnee, hier ist ein Sporttalent, willkommen, Liff Greti. Ging nicht anders, ne? Alles läuft so, wie es soll, das Mars ist voll. Willkommen! Jawohl, setz dich, so. Hast du was zu trinken und wenn nicht, was möchtest du trinken? Eine, Cola Light. Hat die Mama jetzt geantwortet, oder die Liff? Cola Light, okay. Cola Light. Super, ja, Liff, ich freue mich, dass du da bist und, also, ich, guck mal hier, ich habe alles hier, so Fragen, wir waren ja zusammen mit Mama und Papa schon im Vorgespräch, das ist der Hammer, sie ist noch ein paar Tage 13, dann bist du bald 14, und Schülerin der 8. Klasse des Theodor-Heuss-Gymnasiums und erfolgreiche Kanu-Rennsportlerin. So, jetzt, jetzt habe ich mir gesagt, was ist das, ist das jetzt ein Paddelboot, ist das ein Kanu, ist das ein Kajak, ist das alles das Gleiche oder sind das totale Unterschiede? Also, es gibt Unterschiede zwischen den verschiedenen Booten, also, einem Kanu sitzt man drin und fährt vorne und hat ein großes Paddel, was man, also, so bewegt, ja. Also links und rechts, ja. Links und rechts, ja. Dann gibt es noch ein Kanadier, da steht man ja auf den Knien, genau. Und dann gibt es noch die Ruderer, die fahren ja rückwärts. Die sind nämlich ganz schlecht drauf, oder? Ja gut, das ist aber, du gehörst ja zu dem, wir wollen uns ja über deinen Sport unterhalten. Und, ja, also, wie fing das an? Ich weiß, dein Papa ist ja nicht unsportlich, deine Mama ist auch nicht unsportlich, also die machen Tennis, die Mama, ne, und dann, wenn die keinen Tennis spielt, dann macht sie eine medizinisch-technische Assistentin, glaube ich, ja? Ist das richtig? Ja. Ja, ja, stimmt ja, ne? Und Papa, kommen wir ja nochmal gleich, aber du hast ja doch wahrscheinlich die sportlichen Gene von Mama, aber auch, was das Wasser betrifft, wohl eher von Papa. So, wie ging das los? Du hast schon gemerkt, im Bobbycar schon als Bobbyboot umgestiegen, oder wie war das? Das gibt's ja wirklich, ne? Ja, genau. Erzähl mal. Also, das ist gar nicht so. Ihr lacht. Ich hab, also, als ich ganz klein war, hat mein Vater mich immer mitgenommen, mal aus Wasser, und dann haben wir uns so, es ist wirklich wie ein Bobbycar, nur als Boot. Man hat dann so ein sehr sicheres Boot, wo man nicht rausfallen kann, also es ist schwer rauszufallen, dann sind wir immer im Pool, oder auch hat mein Vater mich dann hinter sich hergezogen, wenn er trainiert hat, bin ich dann auch immer mitgefahren, und dann bin ich auch, also ich saß da relativ früh schon im Boot. Da warst du drei, vier? Also das erste Mal richtig im Boot saß ich mit, ja doch zwei, drei. Echt? Ja, und das erste Mal, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern, wo ich wirklich auf dem Wasser war, war da auf der Hochzeit von meinen Eltern mit acht Monaten. Okay, ja, also da waren die, gut, aber angefangen, du hast mir erzählt, das hat mit Kindertouren das übliche, dann mit Leichtathletik, dann mit Hochsprung, Schwimmen, du hast auch hier, wie sagt man da, Silberpferdchen, Goldpferdchen, wie heißt das? Ja, genau. Da hast du natürlich alles, Silberfische, warst du bei uns zu Hause, oder was? Hör mal, Heinz. Aber, du hast ja nicht nur eine sportliche Seite, sondern du bist auch musikalisch, also hier, wir haben ja heute sogar überlegt, als Alternative, weil Melvin nicht da ist, Cello. Also es hätte fast geklappt, mit deinem Lehrer, Cello, ja, was hätten wir dann da für ein Ding gespielt? Eye of the Tiger? Nee, ne? Das war ja eins deiner, das hätten wir natürlich dir gerne spendiert, weil das war, ich mach mal einen kleinen Break nur, aber ist das so, dass du dieses Lied öfters mal so vor den Wettkämpfen gehört hast, um dich so zu pushen? Das war vor allem 1991, der hatte, ging es gar nicht um mich. Oh ja, ja, ich hab's noch mal. Ach du, das ist der, ach du, ja. 1991, 1991 ging es gar nicht so sehr um mich, sondern ging es damals um den Jürgen Schuld und den Schmidt, weil der damals aus dem Osten nach dem Westen ist und so, da gab es diesen riesen Kampf, die zwei konnten untereinander, und dann haben die sich eingelaufen, und dann haben die halt das gefilmt bei ARD und haben dann dieses Lied dazu gespielt. Und so ist das halt hängengeblieben für mich, für dich auch. Das war der wichtige Satz, das war der wichtige Satz, ja, das war der wichtige Satz. Hast du auch, jetzt sind wir gerade beim Thema, aber wenn du jetzt, ich glaube, Cello, okay, wissen wir ja jetzt, du findest sozusagen bei den vielen Trainieren auch noch Zeit für das Cello, aber hast du auch so eine Musik, wo du bei Wettkämpfen sagst, so, das zieh ich mir jetzt auf die Knöpfe, und dann geht's ran, oder lässt du dich einfach, wie konzentrierst du dich, wie breitest du dich mental vor? Also, vor Wettkämpfen höre ich eigentlich kaum Musik, aber wenn ich Musik höre, höre ich von meiner Lieblingsband Musik. Die heißt wie? BTS. Who the fuck is BTS? Wer kennt BTS? Wer kennt BTS? Ja, ist klar. Das ist, hier, kann man Kamera draufhalten, und das ist nicht gelogen, weißt du warum? Das ist nämlich Oma und Opa von da hier, ne? BTS, jetzt, erklär mal, die kommen aus Japan. Nein, Korea. Korea, oh. Südkorea. Nordkorea wäre ja ganz schön schlecht. Aber man muss immer Südkorea dazu sagen, weil es wird immer gesagt, die kommen aus Nordkorea. Ja. Also, BTS ist eine Boygroup, die bekannteste Boygroup der Welt momentan. Besteht aus sieben gut aussehenden Jungs. Man merkt, sie ist bald nicht mehr 13, ne? Ja, der Jüngste ist 22, der Älteste ist jetzt 27, und die gibt's seit 2013. Ich bin seit zweieinhalb Jahren der ultimative BTS-Fan. So, das heißt, du bist sportlich, ja, bitte schön. Das heißt, BTS, kannst du da Lieder von singen, von denen, oder singst du, du bist ja auch im Music, also die ist ja ein Talent, aber wirklich, also Dienstlag, der Talent ist jetzt nicht nur ein Wort, sondern, ne, Sport und Musik, Cello, und du bist im Musical und du singst. Genau. Kannst du mal was, willst du was singen holen? Ja, nur wenn wir zusammen singen. Ja, aber nicht von BTS. Nein. Ein Männland steht im Walde, oder so, aber, nee, aber ich hab gerade, ich hab den Zettel verloren. Ja. Ja, Magst du, nur ein klein, also nur wenn du willst, ich weiß nicht. Okay, also von, also Fireflies, ich weiß nicht genau, von wem das ist. Deine Großeltern kennen das bestimmt, Fireflies. Kennst du Fireflies? Ich kenne Feuerwehr, aber, okay, aber jetzt, nur mal so ein kleines Schmankerl. Möchtest du? Ja, ich kann anfangen. Wir fangen mal den Anfang an, wenn du so weit, wie du willst. Du darfst dann nachher auch an der Cola nippen. Wollen wir, wollen wir das überhaupt hören? Wollen wir das hören? Ja. Was brauchst du, brauchst du von uns so ein bisschen einen kleinen Schnipper? Ja. Ja? Ja, wer nicht. Okay, aber jetzt weiß ich, welchen Takt soll man denn machen? Den müsstest du vorgeben, oder? Oder fang einfach an, wir steigen mal ein. Also ich sing den Anfang bis zum ersten Refrain. Also, okay. You would not believe your eyes if ten million fireflies lit up the world as I fell asleep. Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere you think me rude but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Cause everything is never as it seems and I fall asleep. Wuuuuh! Ja, Melvin! Wenn du so weitermachst und der nochmal krank wird, weiß ich nicht, können wir mal drüber sprechen, ne? Ja, äh, also, vielen herzlichen Dank, äh, finde ich total bemerkenswert, ja, 13-, 14-jährige junge Dame vor Publikum, weiß ich nicht, ich, ähm, hab mich da schwergetan. So, aber jetzt nochmal zurück zu deinem Sport und, äh, wollen auch noch ein bisschen auch kurz über Papa sprechen. Ähm, du trainierst im Kanu nur im Sommer und im Sinn, Winter ist zu kalt, oder? Nein, tatsächlich gehen wir auch im Winter, also wir waren auch gestern auf Wasser, als es geschneit hat, wir gehen tatsächlich den kompletten Winter durch, außer es ist Eis auf dem Kanal, dann gehen wir laufen, aber sonst... Beim Schnee, beim Schnee, äh, beim Schnee habt ihr trainiert? Ja, wir waren gestern beim Schnee trainieren. Ich hab den zweiten gar nicht getrunken, fällt mir ein, ne? Das war der Fehler. Also ihr seid, also ihr trainiert wirklich hart. Wie viele Stunden in der Woche oder wie viele Tage in der Woche trainierst du? Also wir trainieren vier bis fünf Mal, also ich trainier vier bis fünf Mal die Woche, ähm, ja, so zwei bis drei Stunden. Ja. Und, äh, ja. Und Mama, Papa fahren dich von A nach B, nehme ich an. Also Papa holt meistens ab, er kommt dann direkt von der Arbeit zum Bootshaus und Mama fährt hin oder Freunde, die auch... Also ganz ehrlich, das haben wir ja schon öfters mal gehabt, wir haben junge Talente gehabt und, äh, es geht einfach nicht ohne die Eltern oder die Großeltern, die das einfach unterstützen. Auch nochmal einen großen Applaus an die Eltern, die ihren Kindern das auch immer ermöglichen, ne, das passt ja auch, äh, zu, zu deiner Sache, also auch unterstützen, was nützt es dann, wenn das Kind Talent hat und, äh, ja, wenn keiner da ist, der dann in irgendeiner Form das dann auch, ja, unterstützt. Ähm, dein Verein ist, äh, Kanu-Club Friedrichsfeld? Ja. Fühlt sich wohl schon zweite Heimat, glaube ich, oder? Ja, also man ist sehr oft da, also ich bin teilweise mehr am Verein als zu Hause unter der Woche. Ja. und man hat da seine Freunde und, ja. Okay, Stichwort Freunde, am festen Freund noch nicht? Doch, aber... Oh! Alles, alles früher, okay. Jetzt kommt's raus. Aber, und das, das kriegst du alles unter einen Hut. Freund, Shelo, Kanu, Musical, BTS, Schule? Nee, also, ähm, Schule, ja, ja, also, Schule, Schule, also, Schule hat halt den Hauptteil mit Training, also mein Freund macht auch Kanu-Rennsport. Das passt ja, ne? Oh, das passt ja, gut. Er kommt aber aus Neuss, also, wir sehen uns nicht so oft, okay, aber mit, also Musical AG ist ja von der Schule aus und ich bin ja auch noch im Orchester und, äh, Cello ist dann, passt auch noch rein, das Üben hängt dann mal ein bisschen hinten dran, wenn man dann doch eine sehr vollgepackte Woche hat. Ja, das glaube ich. Aber an sich passt es eigentlich doch gut, alles unter den Hut auch mit Lernen und... Und, und Papa ist, und Mama sind natürlich auch stolz auf dich, denke ich. Ja. So, und dein Papa, dein Papa war mal Olympionike, ne? Ja. Und zwar genau, 19, äh, 1996 in Atlanta. Und die beiden haben sich, wo ist der Lutz Liewowski? Wo ist er? Da ist er. Da haben wir den zweiten, guck mal, ganz nah weit an. Jetzt mal, hier, das ist was fürs Foto. Lutz Liewowski und Lars Riehl, ne? Das ist doch mal was Feines. also, hier jetzt mal. Ja? Also. Ne, das könnt ihr ruhig machen. Wir können das ja schneiden nachher, das ist ja kein Problem. Nein, aber, äh, lass mich dir eine Frage stellen, äh, Atlanta, ähm, war das auch jetzt so, dass du dich zurückziehen musstest und sagen so, wie machen wir das jetzt, äh, äh, nein, du hast dein Ding durchgezogen? Es gibt keine Katakomben unterm Wasser. Nein, das gibt es, nein, das gibt es nicht. Äh, ihr könnt, äh, da geht, da geht, da geht, mitten drin, ich muss mal, ich muss mal, lass laufen, egal, egal, nein, ähm, aber in Wikipedia, ich kann es nur empfehlen, Lutz Liewowski in Wikipedia, da steht einiges drin, und, äh, er war so bescheiden, muss ich sagen, als wir das Vorgespräch haben, dass ich das, äh, auch aus der Zeit geschuldet her, du bist dann aber in Atlanta mit, mit welcher, äh, mit welchem Platz rausgegangen? Äh, vierter und fünfter. Vierter und fünfter. Vierter 1000 Meter und fünfter 500 Meter. Äh, Kajakalber. Also, zwei, zwei Olympiniken haben wir hier. So, von Beruf aus bist du Maschinenbauer? Ja. Und, äh, du hast auch ganz einen großen Beitrag geleistet zu einer neuen Entwicklung eines Kanus, ist das richtig? Ja, ja, Paddel auch, aber ist jetzt, das steht nicht in Wikipedia. Das steht nicht in Wikipedia. Also, äh, ne, wir haben hier die richtige Kombination eines Sportlers und eines Designers und eines Maschinenbauers, der dementsprechende Strömungslinien oder auch Strömungs, äh, ja, was ist das, CB-Wert, was ist da verbessert worden? Ich bin da ja nicht der Profi drin. Also, am Booten kann man immer was anders bauen und, äh, ich hab zweimal Boote angepackt und zweimal Paddel verbessert. Man kann da immer noch was machen. Das ist wie auch, äh, bei Sportgerätentwicklung. Aber deine Veränderung ist im Verband oder in einer Vereinigung, die das bestätigt, dann auch übernommen worden. Man hat das also nachgemacht. Ja, man, 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 das ist ein Seriengang nachher. Also, das, was du konstruiert hast oder designt hast, das war jetzt nicht für die Tonne, sondern das wurde übernommen. Nein, nein, das wurde übernommen, das ist richtig. Vielen herzlichen Dank, Lutz Liewowski. Ja, ich freue mich so sehr, dass die beiden in Atlanta waren, obwohl ihr das, ihr habt euch dann natürlich nicht gesehen, nehme ich an. Das war ja wahrscheinlich, immer, ja. Wir waren fokussiert auf die brasilianischen Wollbauerinnen und also rein die Technik halt beim Aufschlag und so, ne? Ja, also, ja, wie ihr seht, also wie immer, Roland Donner immer mit unwahrscheinlich vielen Fragen, aber ich immer schaue immer mal auf die Zeit, aber abschließend möchte ich nochmal dich fragen, Schule, da gibt es zwei, glaube ich, zwei Bereiche, da findest du dich gut wieder in der Sprache und in, was ist das, Social Science? Ja, oder was sind das? Social Science ist Erdkunde auf Englisch. Okay. Ja, also mein Lieblings... Das ist dein Ding? Ja, also mein Lieblingsfächer sind Geschichte, also Social Science und Englisch. Gut. Dein Berufswunsch ist welcher? Also, wenn es mit dem Sport weiter gut läuft, halt Sport, Polizei, da dieses, dass der, der DKV die Sportlerkarriere fördert und man dann, wenn man kein aktiver Sportler mehr ist, zur Polizei, Bundeswehr oder Feuerwehr gehen kann. Okay, und die Bundespolizei, die fördert das natürlich stark. Das heißt, du hast da eine Ausbildung, aber kannst auch, du hast auch da die Möglichkeit, natürlich dein Sport zu intensivieren. Genau, oder wenn es mit dem Sport halt nicht so gut läuft oder halt trotzdem weiter gut läuft, aber ich nicht zur Polizei möchte, weil ich halt Medienwissenschaften studieren und dann im Fernsehen oder im Radio oder so. habe ich glaube, ich glaube, in die Richtung, da werden wir dann noch was von dir hören. Dein letzter großer, dein letzter großer Sieg war welcher? Das war im Vierer auf der Deutschen Meisterschaft auf 2000 Meter der dritte Platz gegen 13 und 14-Jährigen, wir waren die Jüngeren. Und trotzdem, dass ihr die Jüngeren gewesen seid. So und ganz abschließend, es gibt jetzt nochmal einen Kader, in dem du, glaube ich, dieses Jahr hingehen wirst und trainieren wirst, wo auch, glaube ich, die Eltern dabei sein werden. Ist das richtig oder auch nicht? Nein, also... Ist auch vielleicht gar nicht schlecht. Wo bist du dann? Der DKV, also der Deutsche Kanuverband, vor allem der... Ich bin jetzt im Kader und wir fahren mit sieben Mädchen nach... Slowenien? Nein, Oberhof. Wir fahren nach Oberhof. Und zwar die ersten fünf Tage direkt nach meinem Geburtstag. Jawohl. Das ist natürlich sehr toll. Und wir fahren im Sommer nach Slowenien, also als Trainingslager mit unseren Eltern. Und da eben halt auch mit den Eltern, mit vielen Familien, die auch zusammen einfach ihren privaten Urlaub halt machen, das unterstützen, sich wahrscheinlich dann auch gut verstehen, also die Eltern selber und dann natürlich auch die Kinder unterstützen. Also vielen herzlichen Dank, Liebe... Grete Liewowski, so. Jetzt ist aber irgendwie. Möchtest du noch was sagen? Du wolltest noch was sagen. Ja, ich wollte noch sagen, dass da hinten ganz viele Eltern von meinen Paddelkollegen stehen und ich mich bei ihnen bedanken wollte, dass sie auch immer meine Freunde aus dem Verein zum Training bringen, damit man nicht alleine trainiert. Dankeschön. Dankeschön. Euer Applaus. Vielen herzlichen Dank. So, euch nochmals herzlichen Dank. Ihr seid auch getränketechnisch versorgt und ich würde die letzten Minuten noch gerne mit dir noch mal ein bisschen plaudern. Es gibt so viele Themen aus deinem Buch, darum, ich kann nur sagen, super spannend. Trotzdem, da waren wir da stehen geblieben, dieses Thema, gut, dass es so nicht gekommen ist, sonst hättest du ja in die Partei eintreten müssen und, und, und. Wie bist du, nur mal zwei Schwerpunkte zum Schluss zu nennen, gab es Stasi-Kontakte, die dich da irgendwie aufgesucht haben und Stichwort ist, Mohn ist auch ein Brötchen. Also doping, da kommen wir nicht drum rum. Also ganz interessant war, also mich direkt hat jemand angesprochen, meine damalige Freundin hat jemand angesprochen, weil ihre Mutter in der Volkskammer war und die kam ganz aufgewühlt zu mir und hat mir das dann alles erzählt, hat total geheult und hatte Angst, dass sie, also ich war im Hotel gerade gearbeitet, in einem großen Hotel, und, äh, und hat dann gesagt, wie mache ich denn das jetzt? Du konntest nicht einfach hingehen und sagen, nein, mache ich nicht. Ne, so. Und dann haben wir uns überlegt, eine Story, und dann hab ich gesagt, pass auf, du erzählst dem, der dich da angesprochen hat, dass ich ein absolut eifersüchtiger Typ bin, dass ich ein Werfer bin, dass ich richtig Power hab und wenn ich irgendjemanden irgendwo sehen sollte, mit ihr, eine männliche Person, dann schlage ich den Tod. Und da hat er einfach Angst davor und so haben wir es dann rübergebracht, dass ich nicht in Stasi musste. Das war so, das war die Idee halt, ne? Du musst dir irgendwas Geiles einfallen lassen. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, ja, Taktik, cleverness. Und, und, eine Sache, also einer, der bei meiner Mutter oben drüber wohnte, ähm, der ist dann später mal nach der Wende zu meiner Mutter gegangen und hat gesagt, Frau Riedel, bei mir waren die Leute dann immer da von der Stasi und haben dann gefragt, wenn es ins Ausland ging, ins westliche Ausland, NSW, was ich vorhin schon gesagt habe, ja, 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 ja. Und haben dann immer so gefragt, Frau Riedel, also, hundertprozentig, das, was Sie über Ihren Sohn wissen, das haben die alle schon gewusst. Die wussten noch mehr über Ihren Sohn, als die, das wissen halt so. So waren sie. Da war ich auch froh drüber. Ja, so waren sie, ja. Und, und du hast, äh, du hast in deinem Buch, so, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, äh, gesagt, dass die heutigen Mohnenbrötchen, die werden vorher behandelt und früher hätte es das ein Problem mitgegeben mit Mohnenbrötchen vom... Ja, also Mohn hat ja, also, äh, Mohnen ist schon eine interessante Pflanze, ähm, da kann viel draus gewonnen werden und, ähm, deshalb bin ich Samstags beim Frühstück immer so, ich kenne das bloß, also DDR-Zeiten, DDR-Zeiten gab es ja diese ganzen Geschichten nicht halt, obwohl wir mit Kolumbien ja trotzdem relativ gute Verbindungen hatten, ähm, aber die haben uns dann, keine Ahnung, jedenfalls, ähm, ich weiß bloß, dass es dann so einen Saft gab, irgendwie so, für irgendwas halt, so in der Apotheke und da war viel Mohn drin und es gab bei uns Wasserballer und die haben immer alles getestet und probiert, die waren total crazy und immer abends, wenn wir dann so Partys gemacht haben halt so, dann haben die sich das Zeug halt zum Alkohol gehauen, die waren halt wie, äh, zugekifft irgendwas, jedenfalls keine Ahnung. Also ich weiß bloß, dass Mohn halt eine ganz heikle Geschichte war, bei doppelten Kontrollen halt so. Ja. Und, äh, mir haben die nicht geschmeckt. Glück gehabt. Ich, jetzt mal ganz, ich, ich stelle jetzt mal ganz schnell ein paar kurze Fragen noch und du gibst ein paar kurze Antworten. Familie, Beruf, viel gereist, wie hast du das alles in deiner aktiven Zeit unter einen Hut gekriegt? Mit viel Spaß. Ähm, du schreibst in deinem Buch, was ist für dich der rote Teppich gewesen? War das, war das ein Empfinden, wo du sagtest, geil, toll, jetzt bin ich angekommen oder war das wirklich befremdlich? Äh, eher am Anfang befremdlich und nicht unbedingt mein Ding. Du schreibst, äh, Sportler, muss auch ein bisschen Schauspieler sein. Ja. Hast du ein Beispiel, wo du sagst, da musste ich das so machen? Ja, also, ich hab zum Beispiel, ähm, haben die ja immer dann geguckt halt, wenn du dich eingeworfen hast und, äh, haben bei mir immer zugeguckt. Und das hat draußen mein, mein Masseur mitgekriegt und, äh, ich hab das da halt nicht gemacht. Ich hab nicht bei denen zugeguckt. Ich bin dann sozusagen aus meinem Wurf raus, also, bin dann raus, die haben alle zuguckt und hab mich hingesetzt und hab den Hochspringer zugeguckt. Die waren da gerade dort, Okay. Technik hat mich interessiert und so alles und hab denen den Rücken zugekehrt und mein Masseur hat dann zuguckt, wie die immer nach dem Wurf geguckt haben, ob ich hoch gucke. So, ne? Also, das ist schon so ein bisschen, du musst schon eine gewisse Art von, ähm, ja. Ein bisschen verwirren, die anderen verwirren, in eine andere Richtung bringen. Also, du musst schon cool, cool, und so ein bisschen, du hast schon so schauspielerische Geschichten, äh, brauchst du schon ein bisschen, ja. Du hast mal, äh, auch geschrieben, äh, du hast schon mal Grenzen erlebt, äh, Grenzen, ja, sportlich, kannst du das kurz abrufen oder ist das jetzt ein bisschen überfallartig? In welche Richtung? Äh, wo hast du deine Grenzen gespürt? Seite 142. Ach, Seite 142, ach so. Ach, ich hab das immer noch bis zu, ich hab immer noch bis zu 141 gelesen, halt, wirst du? Dann hab ich mir vorlesen lassen. Das ist hier vor, kurz vor den Bildern ist das hier. Bis an die Grenzen so. Ach, bis an die Grenzen, das ist ganz anderes halt da so. Das ist ganz anderes, Entschuldigung, ja, bis an die Grenzen. Bis an die Grenzen, jetzt weiß ich, was du nicht, das war ich halt dünner Kerl. Ja, da warst du wirklich ein dünner Kerl, jetzt hier neben Opa und Oma. Das war Opa und Oma, Oma war also für mich eigentlich so eine der wichtigsten Personen, die konnte wahnsinnig gut kochen, hat immer Blechkuchen gebacken und also ganz, ganz wichtig. Das war, ja, das war für ein Energieunternehmen halt, die sind damals, äh, sozusagen auf den Markt gekommen, die waren ja damals alle noch staatlich und dann sind die auf den Markt gekommen und wollten von uns Sportlern wissen halt, das war mein Sohnemann hier gewesen, in der Sitzung 1,92, ist Handballer gewesen und das war einer der, ja, eigentlich so mein ganz großes Vorbild, so ein bisschen mit, El-Ortor, viermal Olympische Spiele gewonnen, im Diskuswerfen und eine Ausstrahlung sagenhaft, sagenhaft. Ja, ich, lieber Lars, ich, ähm, ich weiß nicht, wie es euch und Ihnen geht, aber, ähm, ich bin, ich bin ja fast geneigt, vielleicht muss in 2020 nochmal den zweiten Teil nochmal, äh, weil wir sind ja noch, wir sind ja gerade bei 142 angelangt, ja, also, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber, ähm, ich möchte einen, wenn es dir recht ist, ähm, aus dem, also ein Schluss, ein Schlusswort sprechen, was auf dem Rücken des Buches steht und, äh, das fasst so ein bisschen das ganze Buch zusammen und du schreibst, ich möchte nichts missen, kein Muskelkater, keinen Wurf, keine der vielen durchwachten Nächte, keinen Sieg und noch weniger die Niederlagen. Aus Niederlagen habe ich am meisten gelernt, sagt Lars. Nicht missen möchte ich den Weitblick und den Durchblick, das Lachen und das Sich-Ärgern, nicht missen die Erfahrungen mit meinen Gegnern, ihren Respekt, ihre Offenheit, nicht die Schmerzen meiner eigentlichen Wegbereiter zum Erfolg. Sie haben mir zum einen meine Grenzen und zum anderen neue Wege aufgezeigt. Nicht missen möchte ich die Trauer, die ich empfinde, weil ich nun, weil nun alles vorbei ist, das schreibt er natürlich 2008, das ist jetzt zehn Jahre her, zeig mir doch die Trauer, dass es sich gelohnt hat. Das klingt nach, da wusstest du noch nicht 2008, wie geht das jetzt weiter? Vielleicht abschließend nochmal, was hat sich jetzt von 2008 zu 2019 verändert und ist dir die Antwort schuldig geblieben, das Leben oder weißt du jetzt, was du dir wünschst? Ja, also ich hätte mir das einfacher vorgestellt, dass ich wieder sowas finde. Das ist jetzt nicht so eingetreten, aber manchmal hat ja das Leben so ganz interessante Wege. Hab so einige Sachen probiert, hab Dinge gemacht, die ich vorher noch nie gemacht habe, also mal von Malen übers Backen und verschiedene andere Sachen halt, also einfach Dinge, wo du gar keine Zeit gefunden hast. bin jetzt für witzigerweise Dinge, die früher nicht so gut waren für mich, also die ganzen Verletzungen, dadurch kenne ich natürlich sehr viel über meinen Körper, ich bin kein Mediziner, aber kann mit den meisten Medizinern mitreden und bin jetzt für mehrere medizinische Dinge unterwegs, die nicht so viel mit der Pharmazin haben und nicht so viel mit Operationen und versuche diese Firmen halt mit aufzubauen und wirklich ja diesen Firmen zu helfen, dass die im Grunde genommen sich durchsetzen, weil das wirklich für den Mensch ist und solche Dinge halt liegen mir am Herzen. Ist da jetzt noch ein bisschen Trauer drin jetzt in der Epoche von 2008 zu 2019 oder ist es ein bisschen geringer geworden oder bist du nach wie vor immer noch ein kleiner Demutstropfen? Also ich bin, eigentlich bin ich da komplett schon weg, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Training ist knall- und knüppelhart. Also das muss man sagen, man muss ja jedes Jahr immer wieder über diese 100% drüber, der Körper hat irgendwann, also die Schmerzen werden immer mehr, immer mehr und du versuchst immer wieder mit diesem Willen halt diesen Körper zu sagen, ja das interessiert mich jetzt nicht, was du da ja gerade für Probleme hast halt so, ich will aber jetzt nochmal gewinnen. So und irgendwann macht der Körper Schluss und ich habe selbst damals noch eine Schmerztherapie gemacht, die hat das alles noch schlimmer gemacht und dann irgendwann habe ich gemerkt, da ist irgendwas natürlich halt was das Ganze verhindert und habe dann einfach mal das gemacht, was mir Spaß macht, also den ganzen Tag nur rumgelegen, den Vögeln zugehört, die haben gezwitschert und habe einfach nur alles, alle 5er gerade sein lassen, das war echt ganz toll. Lars Riedel, live in Dienstlagen beim 21. Das Maß ist voll, wir sagen ganz, ganz recht herzlichen Dank, ich habe es so empfunden, ich hoffe Sie und Ihr auch, kurzweilig und ich glaube, die Leute waren nett zu dir, ja? Also, vielen herzlichen Dank, lieber Lars, vielen herzlichen Dank, liebe, vielen herzlichen Dank, lieber Micha und es gibt immer ein kleines Präsenz und ich weiß nicht, ob der Axel das jetzt schon vorbereitet hat, er kommt nach vorne und dann wird er einiges was dazu sagen, ich kann nur sagen, ich glaube, wer Handball schauen will, einfach nach hinten verpieseln. 25,22 für Deutschland, jawohl! bleibt noch hier, entspannt noch, macht noch Fotos, gerne mit Lars und wir sehen uns. Ich freue mich auf den nächsten Talk, Ihr Roland Donner, schönen guten Abend. Ja, lieber Roland, tolle Show heute Abend, danke dir, lieber Lars, dass du hier warst und wir haben hier eine kleine Erinnerung für dich, damit du Dienstlagen, du weißt ja, ich habe ja gerade gehört, du bist zum ersten Mal in Dienstlagen und damit du Dienstlagen, schöne Erinnerung hältst, haben wir dir hier so eine Münze für dich, für dieser Kneipe vorne und auf der Rückseite ist das Stadtwarten von Dienstlaken, steht so ein bisschen über die Geschichte von Dienstlagen drauf und etwas über diese ehrwürdige Kneipe, die es schon seit 200 Jahren gibt. Vielleicht hast du ein bisschen Spaß daran, vielleicht, wenn du mal vorbeikommst, irgendwann mal, ist ja ein Mensch, da war ich, ich habe mich mal aufgedreht, da gehe ich einfach mal rein, trinke ein Bierchen, würde uns sehr freuen. Bitteschön, herzlichen Dank fürs Kommen. Natürlich bekommt ihr auch eine. Ja, der muss runter. Liv, bitteschön, du kennst ja die Kneipe, glaube ich, ne? Genau. Und für Sie auch, ein kleines Andenken an diesen schönen Abend. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Dankeschön.